Eine XXL-Folge, Project Playtime mit Julfa, heute auf diesem Kanal und falls ihr Bock habt, schnallt euch auf jeden Fall schon mal an und lasst Like für dieses Video da. Ich wünsche euch viel Spaß, Video bis zum Ende gucken ist der beste Support, Kuss und wir gehen rein. Und wir sind Mama, wir sind Mama. Ich habe eben schon eine Runde gewonnen als Profispieler. Als Profispieler, ja, du bist auch ein Profi, Digga. Kommt drauf an, wie es deiner Community weitergibt. Ich bin gespannt. Oh, da hat ja jemand das Puzzle verkackt. Verkackt? Ja, das war ich nicht. Ich gewinn nur Puzzles. Oh mein Gott, habe ich gerade schon Mami Longlings? Ne, ne, nicht. Okay, okay. Habe ich den rausgesmasht, Alter. Er hat schon einen. Oh, Backe. Ja, ja, jetzt geht's los. Natürlich, auf dich freue ich mich natürlich am meisten, Bro. Oh, Mist. Ne, ich bin, ähm, du musst, äh, also, am anderen Ende von der Fabrik würde ich suchen, wenn ich... Nein! Hallöchen! Den Aal hole ich mir, Leute. Kennst du schon den Gulag? Warst du schon drin, mein Bester? Ja, war schon drin. Oh. Nein, 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 nein. Agapi, wehe, da ruft die Muddi später an, ne? Dann gibt's Ärger, mein Bester. Ich hab schon... Ja! Hallöchen! Nein! Nein, nein! Ich wollte, ich wollte mal. Was machen wir denn jetzt mit dir, hm? Ich könnte dich ja jetzt mal in den Gulag bringen. Ah, ich habe Agapi eben aber schon Spendenverbot erteilt. Deswegen spendet Agapi jetzt bei dir, bei mir ist verboten jetzt. Was machen wir jetzt mit dir? Willst du mal, willst du mal rein da in den Bunker? Bist du gut in, äh, Wankowagi? Du kannst mich doch einfach auch liegen lassen, oder? Soll ich machen? Ja, lass mich doch einfach liegen. Okay, Digga. Ich mach, ich mach heute... War Spaß, Bruder, rein mit dir! Ich hab... Und ciao. Ich hab... Ich hab nichts anderes erwartet, ey. Oh, Backe. Oh! Netter Versuch. Willst du gerade die Tulfer befreien? Das läuft nicht. Ich dachte gerade, ich komm direkt wieder raus. Und komm ich auch. Ha, 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 ha. Echt? Let's go. Dafür wird dein Freund jetzt aber sterben. Oh, das ist ja gar kein Vent. Das war ein Kühlschrank. Ich wollte gerade in den Kühlschrank kriechen. Moin. Das ist ja schon der Nächste. Aber einen Spielzeugteil haben wir ja schon. Alles gut. Ey, warum bist du denn so penetrant? Lass doch mal die Leute in Ruhe. Also, weißt du, das Problem ist, ich bin ja Mutter jetzt. Ich hab ja Muttergefühle, weißt du? Ach so, ja, ja. Und ich muss ja meine Kinder da unten füttern. Natürlich. Ja. Verständlich. Tu mir leid. Kann ich nachvollziehen. Kann ich nachvollziehen. Wer revivet da hinten? Wer revivet da hinten? Wahrheitlich nicht. Aha. Okay, das haben wir, das haben wir. Das haben wir jetzt noch. Das hier schnell. Wir holen uns schon hier die Spielzeugteile. Oh, das ist einfach. Wollte der kleine Arl hier weglaufen? Na, so ein Ding wär das jetzt hier aber nicht. Irgendeiner muss doch mal draufgehen, Alter. Du hast ja schon wieder zwei Leute jetzt hier. Oh, was sind das denn hier als für... Let's go. Erstmal hier Leute aus dem Schacht holen. Besser ist das. Der, verdammt, der hat sich da... Der hat sich da versteckt. Oh mein Gott. Ja, direkt neben, wo ich die Leute reinwerfe, ne? Ich sag so, 500 IQ, wenn du das jetzt gerade siehst. 500 IQ, nicht schlecht. Aber du musst jetzt auch mal ins Loch. Smart. Der war nicht schlecht, ey. Smart. Let's go, wir haben noch ein Spielzeugteil. Let's go. Danke für die Info, Bro. Das ist immer sehr wichtig, auch für mich zu wissen, natürlich. Wieso? Es gibt doch... Ah, ah, ah. Nee. Na? Boah, Alter, das Muttienspinnnetzen ist ja richtig brutal. Weiß was auch brutal... Oh, ich seh dich nicht mehr. Oh, aber da seh ich noch jemanden. Einfach besser. Einfach besser. Boah. Oh, du bist ja voller Netze. Nee, mach das nicht. Alter, also dein Squad, ich sag wie es ist, die sind krass, Mann. Da ist doch keiner gestorben. Ja, dann kann ich dich ja ruhig mal reinschmeißen. Mach mal wie ich das. Oh, nein. Du schmeckst halt am besten auch von allen so, ne? Ja, ich glaube dir. Ich kann da halt auch wirklich nichts machen. Ich kann's nachvollziehen, ey. So, rein mit dir in den Gully. Hoffentlich zieht mich direkt jemand raus. Safe. Die helfen mir bestimmt. Oh, oh. Vielleicht auch nicht. Wo sind die kleinen Huggies? Hallo? Oh, nee. Oh, das sind voll viele. Ey, ich hab hier unten... Nee, den hab ich doch erwischt. Oh, was? Alter. Wenn man im Gulag verkackt, dann ist man raus, oder? Nein, du bist jetzt nicht gestorben im Gulag. Nein, bin ich noch nicht. Das war eine allgemeine Frage. Ja, dann ist man raus. Nee, noch bin ich hier fleißig Huggies am Klatschen. Ey, scheiße. Alter, das sind ja voll viele. Oh mein Gott. Oh Gott sei Dank, mich hat jemand. Boah, ich hab fast Nervenzusammenbruch bekommen. Jetzt werde ich, glaube ich, mal den Schwitzer-Modus anmachen. Das war's, Freunde. Jetzt muss ich. Ich rieche da doch jemanden. Oh. Das war knapp. Ich hab grad ein bisschen geweint im Spind. Du hast da im Spind geatmet. Du verdammter, ich hab dich gehört. Wir waren, da waren zwei... Also ich weiß nicht, ob du mich gehört hast. Wir waren da zu zweit, aber er kann sein. Okay, wir machen den Code einfach von hier aus. Besser ist das. Sicherer von hier. Oh nein, ich komm nicht dran von hier. Und tschüss. So. Dann wollen wir mal. Oh, wir haben voll viele Spielzeugteile schon. Du musst dich ranhalten, ne? Ja, ich seh's grad. Vier von sechs. Ihr seid echt gut am Start. Na so. Nein, oh, ich hab mich verdrückt wie so ein Otto. Wie so ein Dulli. Wie so ein Dulli. Oh, 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 oh. Nice. Lecker. Das ist nice. Oh nein. Der dachte, er konnte mich outplayen, aber so war das jetzt dieses Mal nicht. Oh, da hat sich jemand... Okay, ich muss mich jetzt tatsächlich... Ich hab ja richtig viel zu tun hier, Mann. Ich dachte, das wär voll chillig. Ey, aber ich finde... Weißt du, was ich finde? Player und Monster sind echt gut gebalanced gegeneinander, finde ich. Ja, ja. Das ist nicht so, dass Player Turbo stark sind oder Monster Turbo stark. Aber wären's nur vier Spieler und ein Monster, wäre schon nicht so gut. Oh, yes. Puh. Hast du noch einen gedownt gerade? Ja, jetzt muss es aber auch mal langsam losgehen. Nein! Oh ja, zwei sind dead, Alter. Uh, so langsam spitzt sich die Runde zu, Breiv. Wer ist das denn da? Nee, lass mich hier ruhen. Go her, Junge. Du bist jetzt dran, Alter. Ich dachte, du siehst mich nicht. Was machen wir denn jetzt mit dir? Was machen wir denn jetzt? Wen hast du denn da jetzt eigentlich? Wen ich da jetzt hab? Äh, gute Frage. Ich seh bisher niemanden. Hey, du hast... Hattest du nicht gerade jemanden in ein Loch geschmissen? Ja, und der wollte auch schon wieder... Ey. Also, ich weiß es ja. Die sind gut. Aber jetzt kommt der gerade ein bisschen ins Stocken auch mit den Spielzeugparts, ne? Ist ganz gut. Ja, kann sein. Ich schmeiß jetzt das letzte rein, mein Lieber. Ah, nee, ist das vorletzte. What? Digga, die hat ja die übelste OP-Sicht. Ich wusste das gar nicht. Die kann mich wenn dir gucken. Was? Boah, Leute, jetzt seid ihr dran. Alter, wie konnte ich das nicht ahnen? Ich ahne Böses. Es riecht nach Gefahr. Warte, 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 warte. Wir brauchen nur noch ein Toy-Teil. Nur noch eins. Also, einen von euch werde ich noch so safe in den Tod reißen. Nur noch eins. Und dann ist die Kirschi hier gelutscht. Da ist es gelaufen, du. Du musst dann auch erst mal noch rauskommen, mein Bester. Das war es ja noch nicht. Ah, kein Problem. Da bist du dir ja ganz schön sicher, ne? Ah, du bist dir ja ganz schön sicher, dass du das schon im Sack hast, oder? Nee, bin ich nicht. Warum sagst du das so? Leute, lörkt einfach mal bei die Tule vorüber im Sack. Oh, da hinten ist doch jemand. Wir haben das letzte Teil. Los, Leute. Und rein damit. Perfekt. Moin, Jungs und Mädels. Die können escapen. Die können escapen, die Schweine. Na, was hast du für eine Community-Tule-Fall? Das müssen wir jetzt mal checken. Lassen sie dich hängen, oder werden sie dich retten? Die schaffen das. Ja, die können... Ist ja egal. Hauptsache, die gewinnen die Runde. Ah, nee, ich bin raus. Ich hatte nur noch ein Leben. Oh, Buck, ich hatte nur noch ein Leben. Aber egal. Hauptsache, die gewinnen die Runde. Jetzt wirst du die Runde für ihn gewinnen, Leute. Das werde ich verhindern. Let's go. Nein, lass sie doch mal laufen. Du musst aber herzzeiten. Nein, nein, Bro. Ich mach lieber nicht. Auf Ehrenmann wartet. Ah. Nein, die sind abgehauen. Let's go. Einer ist doch tot. Foxy ist nicht mitgekommen. Es haben zwei Leute überlebt. Egal. Einfach durchgezogen. Nicht schlecht. Ja, ich... Let's go. Ich würde schon sagen, war schon stark. Hab ich schon gut gespielt. Äh, äh. Bist du schon wieder? Äh, äh. Nein. No way. Der Double... Oh mein Gott. Dein Charmer ist der beste. Ey, wie kann man so lucky sein? Das ist ja schon frech. Was ist das jetzt für eine Map? Aha. Das ist das Theater. Alter, diese Budget-Version von Musical Memory ist echt übel. Moin. Oh, Alter, ja. Ich bin's. Tim. Oh mein Gott. Gamer Ellie. Alter. Du bist das erste Opfer von Hagiwagis Umarmung. Ich war so fokussiert auf Musical Memory. Ich hab gar nicht gehört, wie du näher gekommen bist. Ich bin auch gesneakt. Ich hab euch schon gesehen oder bin ich geschlichen. Hey, Hagi. Wo läufst du hin? Ich bring mal kurz... Ich bring mal einen deiner Kollegen kurz weg, ne? Soll ich dir helfen? Ja, willst du mir helfen? Ja, komm mal her. Nein, 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 nein. Ich hab keine Zeit. Ich muss hier oben noch einen Garten umgraben. Ach so. So ist das. Ja, der Garten. Stimmt. Weißt du doch. Weißt du doch. Klaro. Aber die Musik ist auch eine 10 von 10, oder? Safe. Die hat echt geiles Ambiente. Finde ich richtig gut. Okay, hier wieder schön... Da sind zwei Leute im Loch. Keiner hat Bock zu helfen. Finde ich gut. Nö, lass sie... Lass sie doch versauern. Werden sie gute Spieler, werden sie draußen. Jetzt mal ehrlich, ne? Also... Ich seh ja auch kein Wunschkonzert. Ja, ich hol die mal raus. Ja, sicher. Die Hälfte des Teams ist jetzt auf jeden Fall schon tot. Ihr solltet mal langsam was machen, glaube ich, oder? Oh, der hat der Erste schon zugeschlagen. Was? Wie, schon zugeschlagen? Ah ja, der Erste hat schon wieder gesaved. Ach so. Ich dachte, du meinst gerade, einer ist... Einer ist... Einer ist dead. Hä, wie kommt man da hin? Rieche ich doch jemanden! Ich rieche nix. Ich hör nix. Patrick. Ab mit dir in den Gulag. Das wird dein neues Zuhause, Patrick, okay? Rein mit dir. Hör auf, die Leute halt in die Löcher zu schmeißen. Ich muss die halt rausfischen. Weißt du, wie sich das anfühlt? Als ob du Müll entsorgst. Du schmeißt einfach den Müll in so einen Behälter rein. Das ist so witzig. Zack, weg damit. Oh Mann, irgendwer hat hier einen Toy-Part liegen lassen. What the hell? Oh, das ist gut, dass du mir das nochmal sagst. Wieso? Ich komme mal kurz, weil ich würde das einfach nochmal mitnehmen. Ich sorge dafür, dass das geliefert wird. Ja, ja. Du kümmerst dich drum? Okay, dann bleib ich hier hinten. Ja, das ist okay. Ist ja auch fair. Hagi kann auch ruhig was tun. Kito. Kito, nehmen wir doch mal. Na? Moin. Wow, ich habe dich überhaupt nicht... Was soll das denn? Und sonst so? Willst du das Spielzeug wegbringen? Nein. Warte mal. Guck mal. Ich habe doch gesagt, ich bring das weg, Digga. Weißt du? So? Nimm dich mal mit. Ja, ich verstehe es. Pass auf. Ich verstehe es doch auch. Oh mein Gott, einer ist schon tot. Ich bring das mal mit dir weg. So. Hä? Oh, 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 oh. Ich bin unten. Ich bin im Gulag. Wo sind die Huggies? Da sind die Huggies. Ab ins Gesicht mit euch. Ah, sehr gut. Ich bin wieder draußen. Netter Versuch. Du warst fast draußen. Nein. Aber deinen Kollegen habe ich auch in Gulag gesteckt. Ihr könnt euch ja sonst ein paar Storys jetzt hier unten. Aber wenigstens können wir uns helfen. Ach, stimmt. Die Turbo-Huggies hier unten schön wegklatschen. Okay, wo sind die anderen drei? Also, Huggie Wuggie ist mit Abstand der krasseste von allen. Ist der so gut? Der hat einen Knopf und du umarmst und springst die Leute direkt an. Die sind direkt tot. Echt? Das ist sehr, sehr, sehr big. Das ist aber auch ein bisschen unfair, findest du nicht? Joa. Also, ich muss die Leute ja regelmäßig schon meinen Brüdern schmeißen. Ach so. Für mich in diesem Moment ist alles cool. Wenn die kleinen Huggies Hunger kriegen, sagst du? Ja, aber wenn ich dann selber gegen Huggie muss, dann werde ich mich wahrscheinlich aufregen. Ah, das kann sein. Okay, okay, wo bist du gerade? Kannst du mal kurz erzählen, oder? Ähm. Ich bin gar nicht auf der Map. Ich bin gar nicht da. Ich bin, äh, ich bin woanders. War es im Luken? Playtime Factory. Ich chill grad. Ah, so. Der Headmaster und Julfa sind noch am Leben. Und die anderen beiden kämpfen sich einen ab im Loch. Find ich gut, find ich gut, ja. Diese Runde geht alle. Oh, ja, da ist der Nächste. Wo ist der Nächste? Tschö mal. Wir müssen erst mal grad noch alle Leute aus dem Loch holen. Ich weiß. Oh, ich wär grad fast so einem kleinen Alarm-Huggie in die Arme gelaufen. So ein Feini. Der wollte sich auch grad verziehen, aber nix. Oh, oh mein Gott. Oh, du bist jetzt so tot. Alter. Ich will die ganze Macht demonstrieren. Von der einen Taste. Nein. So, rein mit dir. Ja. Oh, ich weiß, ey. Das ist eklig, ne? Das ist echt eklig. Was? Hä, die ganze Zeit ins Loch gesteckt zu werden, oder? Naja, ist okay. Gehört ja dazu. Bin ich allein hier? Nee, bin ich nicht. Bring deine Freunde gleich mit. Warte kurz. Nee, lass sie noch draußen. Wir müssen die Runde auch noch gewinnen. Obwohl, wir haben ja eben schon gewonnen. Wir können, äh, das ist abgesprochen, ne? Wir haben abgesprochen, dass du gewinnst. Ach, ist das so? Auf jeden Fall, äh, sag ich mal, wie es ist. Äh, sieht jetzt schlecht aus erstmal, ne? Sieht, äh, schlecht aus jetzt für euch. Also, für uns sieht's wirklich sehr schlecht aus. Ich hab aber schon wieder nur noch ein Leben. Ja, also ihr seid jetzt erstmal auch zu dritt da unten. Jetzt muss ich noch den letzten finden von euch. Nein, echt jetzt? Mhm. Oh, no. Oh, der eine ist tot. Der hat ja keine Leben mehr. Ripp. Also, Kitu, sag ehrlich. Wenn du auf Klo jetzt bist am Abdrücken, das ist nicht cool. Kitu sitzt wahrscheinlich seit 10 Minuten in einem Spind. Nein, Kitu ist direkt vor mir. Nein! Und ich würd sagen, jetzt bist du geliefert! Nein, 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 nein! Wollt ihr Rätsel machen? Oh, ich hör was knurren. Oh, sind die Grabpacks kaputt? Sind die Grabpacks kaputt? Warum machst du das? Hallöchen! Wie? Wo bist du? Ey, wer ist das denn da drüben? Oh, ich muss mir ja meine Beute jetzt auch erstmal ansehen, ne? Ja, guck du mal. Hi! Na, Kleiner? Wie geht's dir so? Willst du von mir weglaufen? Ich muss wieder gehen. Was ist das? Willst du spielen? Na komm! Na komm schon! Digga, den hab ich sowas von abgerippt. Oh nein! Okay, okay, okay. Dann wollen wir doch mal den Jungen entsorgen. Let's go. Was machen die denn da oben? Oh, da hat jemand ein Puzzle gefailt. Schön! Wir gehen mal lieber nach unten, ne? Das kann ja nur Vollprofi-Tooliefer sein. Wieso kommt hier Haggi-Waggi-Musik? Hallo? Kommt hier einfach, my name is Haggi. Haggi-Waggi. My name is Casey Missy. Und ich rip den direkt ab. Hm. Gucken wir doch mal. Hallo? Was? Darkwolf wird jetzt schon wieder befreit? Das finde ich aber nicht. Ja, das muss doch schnell gehen immer. Aha, aha. Eind ich finde euch. Und dann würde ich euch nissen. Und zack. Moin, Kollege! Oh nein! Ups. Machst du die Hände hoch? Guck mich nochmal so süß an. Bist du das, Julfa? Ich bin das nicht. Also. Ich würde mal sagen, ich schmeiß dich in Gulag, oder? Schmeiß dich in Gulag, ja. Was? Du bist das gar nicht? Nein, ich bin das nicht. Oh. Na, schade, schade, schade. Da ist ja noch ein Puzzle gefällt worden. Na gut. Ab in den Gulag mit dir. Oh. Habe ich da oben nicht was gesehen? Da sind schon zwei im Loch. Ihr befreit eure Kollegen da gar nicht? Na, das finde ich... Nee, wieso denn auch? Lass sie doch drin. Wir haben wichtigere Sachen zu tun. Wir müssen Spielzeugteile klauen. Das habe ich genau gesehen. Nein! Ist das so, Julfa? Oh nein! Oh nein! Nicht! Willst du das wieder holen? Nein! Na, wie war das noch? Fünf Euro Paypal? Ja, fünf Euro Paypal. Fünf Euro? Willst du mich draußen? Ja, das bedauert. Fünf Euro, Digga? Ja, 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 ja. Das wird ja wohl auch noch eine Donut im Stream, oder? Natürlich, gar kein Problem. Na gut, dann gehe ich weiter. Ich kriege Kopfschmerzen. Ah. Aber eigentlich will ich dich ja auch in den Gully werfen, ne? Bitte nicht. Sollen wir dich auf die Bühne bringen? Willst du mal ein Star sein dann auf der Bühne? Ich will schon immer ein Star sein. Okay, ich bring dich mal auf die Bühne. Was ist mit euch hier? Komm her, Junge. Ich muss dafür jetzt jemand anderen fressen. Und tschüss, ab in den Müll. So. Also die Rolle so als Monster fühle ich. Hallo. Ja, ich merke das, dass dir das gefällt, hä? Ja, das gefällt mir sehr gut. Machst du gerne, macht dir Spaß, sagst du? Ja, ja, das ist schon echt in Ordnung, so, ne? Alter, jetzt hast du hier auch deine ganzen Mini-Huggies. Ja, die sind richtig nervig. Okay, ich hab das Rätsel gelöst. Endlich, Alter. Als beißt er mich, wenn ich hierher komme. Wo bist du denn unterwegs eigentlich? Ich check hier mal ein paar Spinde. Du erzählst ja auch gar nichts. Du musst doch auch mal uns verraten, was du so machst. Also ich guck mir grad einen Stern an. Sag ich dir so, wie es ist. Sieht ganz nett aus. Okay. Aber weißt du, was ich mir auch gern angucken will? Ich dich in den Kulak werf. Oh, da hat ja jemand schon wieder ein Puzzle gefailt. Moin. Na? Ich hab's noch gelöst, ich hab's noch gelöst. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Okay, stopp. Die Superattacke werde ich jetzt nicht mehr einsetzen. Nur, dass wir uns... Da ist auch OP. Ja, die ist OP. Also ist gottlos OP. Du verlierst trotzdem keine Sorge. Ah, so ein Ding. Was guckst du mich so an? Als wenn du mit deiner Superattacke besser bist als wir. Na gut, ich geh. Den lass ich am Leben. Der war gerade nett. Aber wer nicht nett ist, ist glaube ich... Wir sind alle nett. Was soll das denn jetzt? Hallo? Es ist auch noch keiner tot. Glenny wird exfiltrated. Das wird jetzt wahrscheinlich gleich ganz schnell gehen. Stimmt's? Willst du das von der Bühne da aus machen? Nein. Nein, nein, mein Freundchen. Nicht von der Bühne. Äh, äh. Äh, äh. Oh. Da ist doch jemand drin. Ich hab ihn doch atmen gehört. Ich hab ihn atmen gehört. Moin. Moin, servus, moin. Da nehmen wir direkt mal den Nächsten mit. Ey, Glenny. Du bist ein richtiger Ehrenmann, weißt du? Ja. Ein Ehrenmann, wenn du in dem Müll bist. Oh, da ist direkt der Nächste. Tjulfa, ich hab dich gesehen, aber... Nein, ich weiß nicht. ...ich werd mir deine Freunde schnappen. Oh, ja. Oh, Buckets. Alter, deine Mini-Huggies hier überall. Boah, die sind widerlich, ne? Ich muss schon sagen... Alter, wir haben noch kein einziges Spielzeugteil. Ich krieg' Nervenzusammenbruch. Das Team funktioniert perfekt für mich. Ja, für dich echt, ey. Oh, was? Da revivet jetzt nicht einer. Oh, Raffi ist tot. Raffi ist leider von uns gegangen. Hoch. Kann man nichts machen. Ist ja auch kein Wunschkonzert hier, ne? Leute, ihr müsst die Rätsel machen, ne? Wir haben noch kein einziges Spielzeugteil. Nicht eins. Ich denke, ich werde auch dafür sorgen, dass das so bleibt. Komm her. Ey, ich will dich doch nur essen. Na los. Ah, ne schöne Glatze. Aber da ist schon wieder Alarm geschlagen. Uh. Ah, was? Alarm? Ich seh das nicht. Also ihr seid, ihr seid auf jeden Fall geliefert. Wir sind echt geliefert, ich schwör. Ist jetzt erstmal im Loch. Oh. Wer hat denn da ein Puzzle falsch gemacht? Na, dann komm ich doch direkt mal vorbei, oder? Nein, geh weg. Und ich bin schon da. Ja, vielleicht noch nicht ganz. Vielleicht bin ich auch erstmal im Theater und gucke ein bisschen. Hey! Du hast das Rätsel hier gerade fertig gemacht. Nein, ich nicht. Nichts da. Nichts da. Du gehst sowas von in den Gully. Das, das lass ich mir in Ordnung. Aber du warst schnell, du warst schnell. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wer war schnell? Du. Ja, wir haben noch kein einziges Spielzeugteil. Quatsch mich mal nicht voll. Na, ich weiß ja nicht, was die anderen machen. So viele sind ja noch gar nicht im Kula gewesen. Ich werde heute Nacht nicht schlafen können. Okay, ich fühle dich schon ein bisschen. Alter, sind das viele Haggis im Gulag. Ich schaff's nicht allein. Oh doch, ich schaff's. Leute. Oh, sie haben Toy-Part weggebracht. Habt ihr das wirklich getan? Gott sei Dank. Hier fehlt nur noch eine Seite. Die macht ihr. Ich mach das hier drüben. Natürlich, Julfa. Ich weiß doch, wo du gerade warst. Wo warst du denn gerade? Ah, dann nehm ich doch mal einen von deinen Freunden mit. Na? Hast du noch was zu sagen? Ich war hier gar nirgendwo. Also bitte. Hell no. Und weg. Abfall. Alter, wir haben ja nur noch fünf Minuten Zeit. So sieht's aus. Ihr habt euch ganz schön Zeit gelassen. Oh. Ich hab's geschafft. Das war knapp, ey. Ich musste gerade richtig essen. Julfa, komm zu mir. Oh. Na, dann muss ich wohl jemand anderes entsorgen erst mal, oder? Oh. Noch schnell einen Toy-Part weggebracht. Hier war doch jemand im Spind. Oh mein Gott, es sind schon so viele tot. Oh. Der zweite war es gerade. Hallo? Ah! Oh ja! Hab ich dich aus dem Spind erwischt? Hab ich doch richtig gehört, hä? Und rein da mit dir. Okay, let's go. Perfekt. Einfach perfekt. Ja. Ist das wirklich so perfekt? Ist das wirklich so perfekt, Leute? Julfa? Ist das wirklich so perfekt? Nein, nein, ich bin festgehangen an der Wand. Ja? Dann laufen wir noch ein Stück. Oh. Laufen wir noch ein Stück. Ich mag Beute hinterherlaufen, oder? Wie sieht's aus? Oh nein, deine Kollegen sind tot. Och, nö. Echt jetzt? Oh, da hat die Kissy Missy geschrien. Ich glaub, die hat Hunger. Oh. Nein! Nein! Lass mich in Ruhe. Na gut. Pass mich nicht an. Ich tue's. Ich tue's. Ja, er lässt uns am Leben, okay? Wo sind die anderen beiden? Da ist ja noch einer. Die beiden dauern so lange. Hm, hab ich's mir anders überlegt? Glennie, du schaffst das. Glennie, mein Bester, zeig dich mal lieber. Ansonsten esse ich Zulfa jetzt auf. Wie weit würdest du gehen? Okay. Ich mach's mir bequem. Das Problem ist, dass Glennie wahrscheinlich dachte, dass du stirbst und hat sich bestimmt am Bahnhof versteckt, damit er gleich als einziger hier rauskommt. Aber ich kann mal noch zu erleben, ich sterb ja nicht. Aber das wusste der ganz sicher nicht. Das kann sein. Glennie, stimmt das? Glennie, würdest du Zulfa alleine lassen? Hallo, wo seid ihr? Oh Gott. Ups. Nein! Was ist da denn jetzt passiert? Warum macht ihr das immer? Sind die Grabpacks kaputt gegangen? Ja, die Grabpacks sind kaputt gegangen. Also ganz ehrlich, ihr hattet schon viel Zeit. Also ihr hättet da ordentlich was machen können. Aber ich weiß nicht, warum ihr es nicht getan habt. Wir haben vor allem nur noch drei Minuten. Das ist viel schlimmer als alles andere. Deswegen muss ich mir genau überlegen, wen ich von euch umlege. Hey, wie habt ihr das wieder hingekriegt? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Das ist von selbst passiert. Okay, 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 okay. Jetzt aber schnell hier. Noch eins. Und ihr meint wirklich, dass ihr es schafft. Ihr meint wirklich, dass ihr das noch schafft. Einer von euch muss sich opfern, damit der andere rauskommt. Das ist die einzige Option. Das stimmt auch überhaupt nicht. Was, oh? Ich hab doch gerade gesehen, dass hier ein Toy-Part freigeschaltet wurde, oder? Das sind doch Fußburen. Oh! Hallöchen, Freunde! Geh, wo eigentlich bin! Ah, wen nehm ich mir von beiden? Tulfer, eigentlich will ich dich als letztes haben. Du weißt doch gar nicht, wo ich bin. Oder doch? Nein, nicht Glenny! Glenny Boy, du bist direkt tot. Wird Tulfer es schaffen? Glenny, wird er es schaffen? Was denkst du? Wo bringst du ihn hin? Ich bring ihn mal zur Entsorgung in der Nähe vom Zug, oder? Was denkst du? Macht das Sinn? Würdest du es auch so machen? Ja, ja, macht schon Sinn. Gute Taktik. Oder auch nicht. Sollen, weil ich hier an 7.000 von deinen kleinen Huggies vorbei muss. Glenny ist tot. Oh, oh. Glenny ist tot. Das ist natürlich belastend. Oh, du hast es geschafft, du Schlitzohr! Nein, lass dir den Zug rein! Verdammt nochmal! Aber ich musste alle zurücklassen, alle sind tot! Tja, Tulfer. Das ist das Leben. Okay, Tulfer, ich habe gehört, wir rocken das Ding hier richtig weg. Oh, es ist Mommy Long Legs! Ja, klar, wir gewinnen das jetzt. Sagst du? Ohne, dass jemand stirbt? Oh, das wird schwierig. Aber ich habe das Piano-Perk. Ich mache ja alle Pianos jetzt. Nein, er hat mich verdrückt, Ripp. Ich habe gefailt, Leute. Ich auch. Oh, wie Long Legs! Nein, sie hat mich schon! Oh mein Gott, ich habe sie nicht kommen gehört. Nein, die ist so sneaky. Oh, Backe. Kein Problem, Bro. Ich helfe dir gleich. Okay, wir kriegen wir... Gerade noch hier schön großspurig. Wir rocken jetzt direkt dead. Ja, das ist nur... Wir lassen die Gegner erst mal kommen. Ja, man muss den Monstern auch eine Chance geben. Das stimmt, das stimmt. No, 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 no. Oh, Glenn, ich habe gefailt, Glenn. Wolfien ist wieder im Loch. Wolfien, Digga, durchhalten. Durchhalten. Wir müssen ihn da irgendwie rauskriegen. Wolfien, Junge, du stirbst mir diese Runde nicht am Anfang. Das verspreche ich dir. Oh, verdammt. Boah, ich weiß nicht. Mommy Long Legs macht mir irgendwie Angst. Ich weiß auch nicht genau, warum. Das Vieh ist so creepy. Äh, Wolfien, Bruder. Komm schon. Ich glaube aber, dass es auch, weil sie so sneaky ist. Deswegen macht mir das Angst. Daniel ist im Loch. Ja. Wer ist eigentlich Daniel, Digga? War auch noch, wer Daniel ist, Mann. Der hätte sich umbenannt. Mom kommt. Okay. Willst du doch jemanden reviven? Daniel, Digga? Ja, machen wir jetzt. Gehst du hin? Gehst du hin? Okay, okay. Ja, alles gut. Ich mach. Alles klar. Strong. Und rein da. Komm schon, raus mit dir. Du alter Lachs. Daniel, Digga, was wiegst du so viel? Erst mal weniger. Okay, Freunde. Wir haben noch nicht ein einziges Teil. Aber wir haben eine ganze Menge fast fertig. Echt so, ne? Ich hab auch schon drei Türme irgendwie angefahren. Ein Player ist down. Okay. Der dürfte sich gleich wieder verselbstständigen. Tschuldigung, Bro. Ich komm zu dir. Ja? Lass durchziehen. Oh, bist du auch... Let's go, let's go. Ja, ja. Ich hab die einen beiden schon. Musst nur das eine noch machen. Ich zieh durch. Dann haben wir direkt ein neues Teil. Mami kommt. Weg da, weg da, weg da. Boah, ich hab sie ausgesperrt. Alter. Haben wir das Rätsel noch gelöst geschafft? Boah, ich hab sie auch nochmal ausgesperrt. Digga, ich wollte das Rätsel machen. Aber, ich konnte es nicht fertigstellen, Digga. Ein einziges fehlt noch. Das müssen wir uns im Kopf behalten. Ja, okay, okay, okay. Also ein so ein Code von den weißen Codes da, ne? Mhm. Ganz genau. Oh. Oh, gefährlich hier. Oh, sie ist hinter mir her. Ich muss ja auch gerade ab... Also... Ihr müsst mich retten, ihr müsst mich retten. Nein! Tjulfa, das ist nicht dein Ernst. Verdammt. Ich bin dead. Ich wollte weglaufen, aber es ging nicht. Kommt schon, Leute. Wir haben echt viele Rätsel fast fertig. Wir schaffen das. Oh, oh. Ich hab gefällt, Wulfchen. Schneller, schneller, schneller. Hier kommen kleine Huggies aus Löchern. Bitte helft mir, ich bin in Gefahr. Wir haben noch jemanden down. Oh, wir müssen ihm helfen. Wir müssen ihm helfen, Leute. Glenny, kümmerst du dich drum? Glenny, mach du. Glenny, ich zähl auf dich, Bro. Wulfchen, lass mich machen. Ah, let's go, yes. Ich hab's fast fertig. Danke dir, Brudi. Geh schon mal weiter, geh schon mal weiter. Wir dürfen keine Zeit verlieren, Bro. Das ist so schlimm. Wir haben so viele Rätsel fast gelöst. Oh Gott. Ich hab das erste Teil am Start. Jetzt geht's los, Leute. Fünf fehlen noch. Let's go. Revive needed. Das kriegen wir hin. Wir haben noch zehn Minuten. Glenny, Digga. Der ist der absolute Epic-Saver heute. Let's go, let's go. Ich hab noch einen Teil. Rein in die Kiste. Sehr gut. Das wird jetzt auch ganz schnell gehen. Ja, perfekt jetzt. Jetzt wird aufgeräumt. Let's go. Okay, okay, okay. Ich hab gefällt. Raffi, bist du dann gleich fertig? Ich hoffe schon. Komm schon, Bruder. Das machst du. Das machst du, Bruder. Der Revive ist nötig. Ich komm, ich komm, ich komm. Digga, den hat keiner gesaved hier. Ich zieh nicht hoch, Wolfien. Das ist dein letztes Leben. Setz dich gut ein. Hunde raus, hunde raus. Ja, ja. Ich hab nur noch ein Leben. Ich muss richtig vorsichtig machen jetzt. Oh, ist da noch ein Rätsel? Raffi, es tut mir leid. Aber die anderen beiden haben kein Leben mehr. Nein, Raffi. Raffi, es tut mir so leid. Ich seh's grad. Er hat ein Teil dabei gehabt. Nice. Nice. Wer hat ein Teil dabei gehabt, Raffiki? Ja. Das muss hier irgendwo noch liegen. Er ist nämlich down. Oh Gott. Jawoll. Okay. Ich wusste, Raffi, ich wusste, ich wusste Raffi gerade opfern einigermaßen, weil die anderen beiden haben nur auch ein Leben gehabt. Ich wusste die Tür vor ihm zumachen, Digga. Ich wusste schnell schalten. Ich wollte das nicht. Ah, naja. Ja, aber Hauptsache, wenn wir die anderen dadurch gerettet haben, ist ja halb so schlimm. Wolfien, kümmere dich drum. Ich mach das. Ich bring deine Mission zu Ende. Ich hab's, Wolfien. Hat noch jemand einen Toypad gerade in der Hand? Ich, ich, ich. Okay. Ich hab grad nämlich nochmal eins weggebracht. Sehr gut. Nr. 4. Yes, sehr strong. Ich will nur noch zwei. Kann ja nicht so schwer sein. Oh, Wolfien ist Ende. Game over. Nein. Wolfien hat's so gut durchgehalten. Starke Runde von dir, muss ich ganz ehrlich sagen. Der hat ordentlich auch in den Rätseln reingezündet. Das war dieses Mal ziemlich gut. Ich bin da, Bro. Ich helf dir. Let's go. Let's go. Okay, Glenn macht Piano. Dann suche ich nochmal einen anderen Toypad. Ich höre, Mami. Passt auf, da. Schön vorsichtig, alle. Ich guck, wo sie ist. Oh, wir sind nur noch. Aber wir sind, nee, zu viert sind wir noch. Immerhin. Oben. Sie ist oben. Sie hat schon jemanden. Glennie, komm. Oh, der Daniel, ich seh's gerade. Wir machen epic jetzt. Wir machen epic jetzt. Okay, zieht ihr das mal durch. Ich schaffe, dass ihr seid Profis. Ich glaub an euch. Nein. Oh Gott. Hast sie nicht? Ah, fast. Ich bin weg, ich bin weg. Alles gut. Ich hab's überlebt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay. Oh, das hier ist ja... Ah doch, das ist fertig. Wollte ich grad schon sagen. What? Hä? Von wo krieg ich Damage? Digga, ich seh nichts. Die ist unsichtbar bei mir. What? Ja, Mann. Habt ihr das gesehen? Ich hab's in der Aufnahme. Digga. Ja, ich bin im Loch. Ja, okay. Alter, hier im Loch ist ganz schön was los, Bro. Hier ist ganz schön was los im Loch. Okay, alles safe. Alles safe. Alles entspannt. Ja? Eben grad war... Eben grad war... War Krise. Ich bleib hier. Ich hoffe, ihr kriegt das irgendwie hin. Einer von euch holt mich da schon. Ja, irgendwer muss sich rausholen. Irgendwer muss sich rausholen. Okay, bei mir ist Mami auf jeden Fall nicht unsichtbar, aber die bugt trotzdem irgendwie rum. Vielen Dank, Bro. Easy. Was? Alles gut. Ich wurde grad gesaved deswegen. Okay, sehr gut. So, wir haben noch acht Minuten. Müssen uns beeilen. Aber keine Ahnung, woher du eben Damage bekommen hast. Das war auf jeden Fall strange. Noch ein Puzzle. Komm schon. Wo ist Mami? Oh, okay. Ja, sie war bei mir grad auch kurz unsichtbar. Fühle jetzt. Fühle jetzt. Digga, da sind auf die Hex locker schon eingeschaltet. Ja, wahrscheinlich. Oh Mann, ich hab mich übel erschreckt. Sie ist einfach aufgetaucht und dann hat Daniel gejumpscapt vor meinen Augen aus dem Nichts. Okay, warte, ich mach dir mal kurz was. Oh, Daniel auch dead? Okay, aber ich verrate euch was. Ich bin der allerechte Profi hier, okay? Schon wieder. Ich seh sie halt nicht. Ey, das ist... Hast du nicht weggeboxt? Ja, das ist zu krank. Ich seh sie so schlecht. Okay, der Male Toilputz. Die ist irgendwie am Buggen. Die ist am Buggen. Ganz schlimm. Ich hab sie eben irgendwo an der Decke hängen sehen und auf einmal war sie woanders. Ich glaube, das ist irgendein Anzeigefehler. Crazy Dog. Die Runde ist doch geisteskrank. Aber dafür sieht's ansonsten hier doch sehr gut aus, würde ich sagen, oder? Es sieht echt gut aus. Ja, Bro, let's go. Okay, auf zum Zug, auf zum Zug. Also, ich bin One-Hit. Wenn ich einmal getroffen werde, RIP. Ich bin nicht One-Hit, aber ich hab nur ein Leben. Ja, wir sind drin im Zug, Leute. Wir sind drin im Zug. Was war das für eine Mami-Long-Lex? Und ich bin auch im Zug. Let's go. Glenny, Bruder. Glenny, Bruder. Jawohl. Boah. Die sind alle so dringend wieder. Also, außer die, die tot sind. Die sehen nicht mehr. Ey, Julgo, merkst du eigentlich, wir sind ein Dream-Team, Digga. Immer wenn wir spielen, easy. Easy. Let's go. Boxy-Boo-Hoo. Oh, nimmst du jetzt Boxy? Sehr gut. Jawohl. Ich bin gespannt. Das wird lustig, meine Freunde. Oh, wir sind ja Toy Factory. Das ist gut, weil auf Toy Factory ist Boxy-Boo am schlechtesten. Ja, aber du darfst nicht vergessen, dass wir eine ganz besondere Runde machen. Warum? Ihr seid weniger. Stimmt. Moin. Ach, ihr seid ja direkt neben mir. Na, komm mal her. Wer jetzt? Ey. Also, mein Arm war doch gerade Scam. Sieh doch deine Fußspuren. Ich mach doch ganz entspannt die Rätsel. Ich mach die schon mal für dich, okay? Dann musst du die später nicht machen. Jaja, mach mal die Rätsel. Ich werd euch jetzt, ähm... Alter, der ist hier auf jeden Fall nicht schlecht, muss ich sagen. Eis. Wär es nicht schlecht? Na, Bray? Was willst du machen ohne Crap-Pack? Willst du dich darüber hangern? Mit den Safe & Kill geh ich jetzt. Oh, Digga. Ich hab voll... Ich hab... Wie schnell, ey. Holy Moly. Jetzt weiß ich auch, was du meinst. Aha. Ja, merkst du jetzt, dass die Reichweite nicht so gut ist? Kommt man nicht so gut dran, ne? Ist schwierig. Alles nicht so einfach. Als Boxibu, der hat kurze Arme. So. Das reicht mir jetzt mit dir. Okay, let's go. Stark. Echt stark gespielt, muss man sagen. Er hat mich richtig... Ah, Glenn. Aber Glenn ist auch gut, ne? Glenn ist gut, muss man sagen. Ja, Glenn, Mann, der wird auf jeden Fall nochmal ein richtiger, äh... Das ist auf jeden Fall jemand mit richtig Potenzial in dem Spiel, einen abzufacken. Das ist ein richtiger Profi hier am Start, ey. Der gibt Gas. Der ist mir eben auch als, äh, fast entwischt. Hey! Hey, Kleiner! Ich seh doch seine Fußspurt. Ach, was meinst du, ja? Mach die Tür auf! Lass mich bloß in Ruhe. Wenn du mich anfasst, sag ich's meiner Mama. Zack! Oh, hatte da jemand die Tür zugemacht? Was war denn das für ein unkollegialer Move? Wer, wo... Wer hat, wem die Tür zugemacht? Wurde jemand eingesperrt, oder was? Ich seh die Fußspuren. Wir haben schon einen Toy-Part. Wir haben schon... ...ein allerechtes Toy-Part. Okay, muss ich sagen. Boxibu mit vier Leuten. Das ist, glaub ich, schon ziemlich balanced hier, muss ich sagen. Oh! Oh mein Gott. Ja, glaub ich auch. Boxibu ist, äh, für weniger Spieler echt... ...ist das ganz... ...ist das besser. Na toll. Moin! Let's go! Was moin? Ich bin da grad so hingesprungen, der hat mich einfach nicht kommen hören. Hahaha. Das war's. Die Spuren-Attack ist echt krass, wenn man, äh, wenn man die gut executet. Generell, also ich find, das Gameplay ist wirklich so nice. Würden die Server gut funktionieren, wär das Game noch zehnmal besser. Hahaha. Ich sag's dir. Real talk. Ah, jetzt hab ich meine Beute liegen lassen. Not gut. Warum das denn? Ah, ich wollte, ich wollte Greedy noch jemand anderen ziehen, aber es passt. Oh, zur Hölle, ich kann nur einen einzigen Survivor irgendwo weg. Da, da. Perfekt, okay. Schmeißen wir dich mal Gully rein, ne? Viel Spaß, Wolfi. Mach's gut. Grüß deine Freunde von mir. Und hier kommt das nächste Toy-Part für die Sammlung. Let's go! Wenn ich wüsste, wo du bist. Dark Wolf, Dark Wolf, warum hast du eigentlich keinen Perk dabei? Vielleicht noch nicht genug Tickets. Perk so wichtig. Perk's einfach besser. Dano? Ja. Ich esse hier gerade den... Oh nein, Dark Wolf wird schon wieder... Dark Wolf, weißt du was? Dark Wolf, was tust du denn? Ey, ich hab ja auch ein bisschen Mitleid mit dir so, ne? Ich such mal deinen Freund, der dich da gerade gerettet hat. Dark Wolf weiß gar nicht, was passiert. Und tschüssi. Der war das, hundertprozentig. Ey, warum hast du jetzt schon zwei gedownt? Ich glaub, es hackt. Ah, Dark Wolf, ich hab's mir anders überlegt. Ich hoffe, du hast dich gut versteckt. Ich werd dich jetzt auf jeden Fall suchen. Dark Wolf. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da bist du doch schon. Es geht für dich nochmal in den Gulag. Ich wollte dich zu deinem Kollegen bringen, ne? Komm. Oh Gott, jetzt muss ich erstmal Leute retten hier. Das geht ja so nicht. J-Win da. Oh ja. Hey! J-Win auch down? Die helfen schon. Ah, das find ich nicht gut. Na, wo bist du denn überhaupt? Direkt hier bei euch. Ah, okay. Da, wo ihr gerade jemanden gerettet habt. Wir haben niemanden gerettet. Doch, das hab ich doch genau gesehen. Wo seid ihr? Boxy Boo will spielen. Wow. Hi. Julfa. Julfa, was machst du denn hier? Meinst du, damit kriegst du mich? Komm zu mir. Ja, damit glaub ich, krieg ich dich. Ich bin mir da sogar ganz sicher. Nein! Wow, 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 wow. Hey, 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 mach langsam. Oh, Chissie. Du hast die ganzen Toy-Parts gesammelt. Nichts da. Ich bin hängen geblieben an einer Ecke. Tja, also du bleibst dir auf jeden Fall erstmal im Gulag hängen. So viel ist sicher beim Besser. Verdammt. Da hab ich dir noch dein Grab Pack abgezogen. Schade. Boah, stell mal vor, wenn du das benutzt, kann man Grab Packs auch nicht mehr im Gulag benutzen. Das wär krass. Boah, das wäre ein bisschen zu heftig, finde ich. Aber lustig. Also soll ich die Hülle noch mal töten? Wollt ihr das so? Nee, warum denn? Hab euch doch... Ah, da unten. Was sind das denn schon wieder für Ideen, die du hier hast? Wolltet ihr mich gerade aussperren, ihr Kauner? Wolltet ihr? Alles ganz entspannt hier bitte, ne? Dano? Alles entspannt, wer liegt da? Glennyboy, das ist doch auch schon... Also jetzt gerade, Leute, schwierig für euch? Schwierig? Jetzt ist es wirklich schwierig für uns, no joke. Ihr habt alle sehr wenige Leben nur noch, aber... Das stimmt gar nicht, warum lügst du? Also ich werde mit Boxi Bo auch immer besser, je länger ich diesen Charakter spiele. Es ist tatsächlich ein Wettlauf gegen die Zeit. Das stimmt, das stimmt. Das stimmt wohl. Wir haben auf jeden Fall... Wir haben zu wenige Parts. Ich riech da doch was? Ich hab geduscht heute. Ich riech da doch was? Jemand hat doch gerade richtig schön verkackt. Nächster. Oh, da hat er die Tür nicht ganz reinbekommen. Lecker. Lauf. Na, lauf doch. Yes, Heinz. Gib dir Mühe. Oh, der Play! Er hat die Tür zugemacht, aber ich hab ihn durchgezogen. Netter Versuch. Das hätte ich gern gesehen. MLG Boxi Boo, stopf dich ins Klo. Oh, mein Gott. Ey, das war nice, Dinger. Oh, zwei Leute sind tot. Hat er auf jeden Fall gut gespielt, aber... Julfa ist doch bestimmt auf das Toy-Part greedy. Ah, ja, natürlich. Natürlich, mein Bester. Das wirst du jetzt nicht abgeben. Ich glaub... Ich glaub... Ah, nice play, Dinger. Muss ich sagen. War nice play. Aber... Was willst du jetzt sagen? Was machst du da? Oh, du bringst das Toy-Part weg. Ah. Ja, nice. Ja, bring mal weg, komm. Komm, bring mal weg. Hey, warte doch kurz. Meine Klaue will dich. Und tschüss. Nein! Oh, nein! Es wird auch Zeit... Es wird auch Zeit, dass wir dich in den Gulag stecken, Dinger. Rein mit dir. Ich hab schon so viele Toy-Parts gesammelt. Warum machst du das? Drei von sechs. Drei von sechs. Ja, also... Und ihr habt alle ich gesammelt. Was macht ihr überhaupt? Er versteht mich ent... Oh. Was ist das denn? Na? Du hast doch nur noch ein Leben, oder? Ich hab schon so viele Toy-Parts geholt. J-Win, Dark Wolf, Glenny. Ihr müsst euch beeilen. Da sind so viele halbfertige Rätsel, die ich da irgendwo hab. Ah. Okay, komm. Alle weg hier. Nice try. Und das war's für dich. Glenny. Du bist der beste Spieler. Ich schwör's dir, du bist echt gut. Aber... Hey, ich bin besser. Es hat nicht gereicht. Es hat nicht gereicht. Glenny ist schon echt strong. Glenny ist tot. Was? Glenny ist tot. Nein, Glenny. Ihr habt alle nur noch ein Leben. Ich erwische euch. Oh, J-Win hat nen Part. Let's go, J-Win. Der motiviert hier die Leute. Oh, da seh ich doch Fußspuren. Komm mal her hier. Na komm. Ich schaff das, ich schaff das. Ich überlebe im Gulag. Zieht das durch. Ein bisschen kuscheln. Es ist auch schön, wie wir kollektiv entschieden haben, dass das Ding hier ein Gulag ist. Das ist und bleibt der Gulag. Halt echt so, for real. Der aller echte Gulag. Let's go. Was machst du hier? Willst du weg? Zwei Parts. Oh. Wir schaffen das. Nice, Digga. Hier sind ganz viele halbfertige Rätsel, Leute. Die können wir alle noch machen. Ganz viele halbfertige Würme. Ich weiß, ich glaube, ich hab's mit J-Win zu tun, Digga. Ich bin mir nicht sicher, aber... Stronger Typ? Nixter. Du bleibst jetzt schön hier im Loch. J-Win. Mein Grabhack, Digga, läuft nicht mehr. Oh Mann. Mir ist jemand schön in die Arme gelaufen. J-Win, wo bist du? Du mit deiner Sabotage. Das macht mich seelisch so fertig. Das ist einfach gottlos. So, jetzt seid ihr beide dran. Ich hätte gerade noch einen Toy-Part gehabt, wenn du das nicht gezündet hättest. Das war perfektes Timing für dich. No joke. Ich brauch trotzdem ganz schön lange für die Runde, also. Ich muss sagen... Na, sieben Minuten hast du noch. Ja, aber ihr seid nur zu viert. Also zu sechs hättet ihr mich hundert Prozent absolut nass gemacht. Wir sind nur noch zu zweit. Ja, also, du weißt ja, wie ich meine. Also zu viert, denn der... Ja, ja, schon klar. Ihr macht doch keine Fehler mehr. Werdet immer besser bei den Rätseln. Wir sind jetzt, äh, Profis so langsam. Haben wir auch schon... Mäuschen, sag mal Piep. Gibt keine Mäuschen. Wir haben hier gute Schädlingsbekämpfung. Nice try. Jetzt hab ich dich. Jawoll! Endlich, Digga! Ich habe ihn wieder genommen vor der Tür. Oh, strong. Der ist gut, Digga. Der ist wirklich gut. Der hatte nicht lange auch einen Kicker in den Gulag. Ist Jainwin tot? Ja. Oh nein. Du und ich. Das gibt es nicht. Drei Minuten. Aber ich brauche nur noch einen Toy-Part. Das ist das Gute. Oder du überlebst noch drei Minuten. Würde ich noch drei Toy-Parts oder so brauchen, hätte ich keine Chance. Ja, wenn du drei Minuten überlebst, dann ja. Die ganze drei Minuten weg. Hier kommt der Zug für dich ganz alleine. Ich denke, ich mache lieber das mit dem Toy-Part. Ja? Meinst echt? Ja, schon, oder? Ja, okay. Mach mal. Wenn du glaubst, das hilft dir. Du weißt, glaube ich, noch nicht, was danach kommt, oder? Doch. Was? Oh, ich kann direkt abhauen. Du Gauner! Du Gauner niemals! Let's go! Ich ziehe aus dem Dreck in Karren. Nein! Nein, ich hänge fest! Netter Versuch. Oh! Ja! Netter Versuch! Ab in den Gulag mit dir! Es war so krass! Alter Schwede! Das war knapp! Oha! Oha! Das war richtig knapp! Crazy Game, Alter! Das ist auch noch mal eine geile Runde, auf jeden Fall! Tjolfa! Tjolfa, was machst du da hinten? Denno, wo bist du überhaupt? Hey, Mann! Was geht denn hier ab? Oh, da bist du! Hi! Bro, du weißt, wie es läuft, ne? Wir müssen Spielzeuge ganz, ganz schnell besorgen und hier raus wieder! Weißt du, was mir noch gar nicht richtig aufgefallen ist? Diese wunderschöne goldene Haki-Statue hier vorne. Oh, wir haben ja Boxi Boo! Oh, nö, Alter! Okay! Wir sind mit der besten Community am Start, Leute! Und Tjolfa, das kann ja heute nur... Oh, verdammt! Okay! Schwitzer-Modus aktiviert! Oh, Boxi Boo kommt! Clenny! Vorsicht! Boxi Boo hat mich ganz knapp verpasst! Ey! Das war zu wild grad! Oh Gott! Boxi hat jemanden erwischt! Okay, Leute! Zusammenhalten! Lasst euch nicht so viel kriegen! Wir müssen schnell sein! Clenny, man liegt auf dem Boden! Clenny! Bruder, ich helfe dir! Kein Ding, ich bin da! Oh, man kann ihn ja auch reviven, oder? Ja! Boxi Boo hört uns doch, glaube ich! Hört er das? Hä? Clenny, du bist... Yo, da haben wir revived! Let's go! Boxi kommt! Let's go! Oha! Es ist aber auch... Man hört... Man hört Boxi Boo so krass, ne? So laut, das Vieh! Okay, wir müssen auch mal die Rätsel machen! Ich hab noch gar nichts gemacht! Ich bin schon dran! Ich bin schon dran! Ich fang ja auch mal an! Ich hab das Perk für dieses Musical Memory! Ich muss eine Taste weniger drücken! Okay, das ist natürlich Big Move! Das ist Big Move! Oh nein! Er wird in den Gulag geworfen! Wer hat Fiki? Sieht so aus! Er hat schon Hilfe geschrieben! Alter! Oh! Oh mein Gott! Ich hab... Oh nein! Boxi hat mich! Ich komm gleich! Ich helfe euch gleich! Oh, ich hab nicht richtig aufgepasst! Clenny, Digga! Lass durchziehen! Komm, wir ziehen durch! Wer ist denn... Wer ist denn überhaupt, Boxi? Wer von uns? Okay! Jungs, durchhalten, durchhalten! Ja, wir schaffen das! Alles entspannt hier unten sind ja nur kleine Mini-Huggies! Die kriegen schön das Grabpack ins Gesicht! Da passt das! Julfa! Ich komm! Du rettest erst mal Rafiki! Ah, jetzt ist Achim auch noch unten! Oh Mann! Bro! Ich bin... Lauf, 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 lauf! Draußen! Danke dir! Ist er hier? Ja, ich hab ihn gehört! Ich versteck mich im Spind! Das hat er auch gehört! Aber hier unten... Hier sind ja zehn Spinde! Okay, wir müssen irgendwie unsere Jungs rauskriegen! Wir haben zwei im Loch, Leute! Verdammt! Alter, das gibt's nicht! Die werden draufgehen! Müssen besser aufpassen! Ja, ja, ja! Warte, wo ist das? Okay, warte! Ich hol die raus, ich hol die raus! Komm schon! Achim! Ich hab dich! Ach so, er ist down! Ich dachte schon, er ist richtig game over! Okay, okay, okay! Sehr gut, sehr gut! Wir sind wieder... Oh nein! Es ist wieder jemand im Loch! Echt? Schon wieder? Das gibt's doch gar nicht! Komm on! Wir haben einen toll- Wir haben einen toll- Part! Alter! Alter, ich hab Boxibu überhaupt nicht kommen gehört! Er war einfach hinter mir und drückte mir Hits rein! Vielleicht stand er auch schon die ganze Zeit, da fällt mir grad so auf! Oh, oh, oh! Hey, ich bin schon wieder dead! Das gibt's doch gar nicht! Okay, 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 okay! Jawoll! Zwei Spielzeuge haben wir, Leute! Weiter! Oh, oh, oh! Wow, wow, wow! Boxy, du siehst immer aus! Dadadada! Schlecht! Ja, der Outplay! Ich hab Boxy Bu grad so rausgenommen. Ja, ja, safe, Bro. Ich spiel grad meine Glanzrunde hier. Ich werd hier die ganze Zeit nur wegradiert. Ich hab Boxy nicht gehört, auf einmal steht er hinter mir, haut mir auf den Kopf. Let's go! Richtig reingefailed. Wir müssen das Full Squat sein. Okay, okay, okay. Ja, wir müssen schon... Okay, okay. Ihr seid hier schon zu dritt, dann geh ich woanders hin. Julfa, komm mit. Komm mit mir, komm mit mir. Ja, ich komm mit dir mit, ich komm mit dir mit. Ja, wir machen das Rätsel jetzt auf Professionalitätsbasis, okay? Du gehst ans Klavier. Let's go! Ich geh ans Klavier, okay, okay. Ich mach das. Let's go! Feuer im Rohr. Okay. Da noch ein bisschen, hier noch. Jawohl. Ich hab's auch, ich hab's auch. Okay, gib mir ein paar Sekunden. Ja, kein Problem. Jawohl! Nimm das Part, nimm das Part, schnell! Nein! Oh Gott! Komm schnell, dran! Meine Beine! Ja, knapp! Oh oh. Oh oh. Oh nein. Hat er dich, hat er dich? Nein! Leute, bring das Teil bloß weg, ne? Ja, Glenny hat das Teil, er bringt's weg, er bringt's weg. Ja, wir haben's weggebracht. Perfekt! Okay. Ich werd jetzt in den Gulag geworfen. Da führt kein Weg dran vorbei. Ich zieh dich gleich raus, ich zieh dich gleich direkt raus. Oh, Achim ist ja auch down! Nein, Boxy, bitte. Tu es nicht. Ey, Boxy, du kriegst einen Knochen von mir, wenn du mich in Ruhe lässt. Hä? Ich hab keinen. Ich hab keinen. Ach, nö. Ich werd ins Loch gestopft. Ich bin sowas von im Loch. Ich hol dich gleich raus. Nee, du bist doch gar nicht im Loch. Du kriegst doch noch da rum. Hinter wem ist Boxy jetzt her hier? Wo ist Boxy? Ist er bei dir? Ja. Leute, macht die Rätsel, macht die Rätsel. Ihr habt Zeit. Das ist alles Zeit. Hey, ich wollte dich retten, okay? Alles gut, ich hab mich selber gerettet. Oh, Boxy, was willst du denn, hä? Komm doch, du fettes Nabeltier. Uh, Junge, was war das für ein Sprung? Was hast du da gemacht? Hattest du nicht... Wo ist er? Ist er weg? Nein, er verfolgt mich noch. Aber ich kann nichts machen. Ich bin sowas von dead. Ich bin sowas von dead. Oh mein Gott. Er hat's auf dich abgesehen. Tja, kann ja nichts machen. Oh nein, jetzt bin ich dead. Jawohl. Ich bin wieder tot. Aber ich verliere kein Leben dadurch. Alles gut. Wodurch verdienst du kein Leben? Wenn ich nur auf dem Boden bin. Er muss mich ins Loch werfen. So, ach so. Leute, ihr habt noch... Ah, ich bin im Loch. Aha, das hat er gehört. Scheiße. Haben wir noch einen Toy-Part? Nee, oh Mist, fehlt noch ein Rätsel? Oh nein. Okay, okay, okay. Du bist schon wieder extracted, oder was? Sehr gut. Nein, 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 Bro. Nein, safe nicht. Nicht? Danke, Bruni. Vielen, vielen Dank. Wir dürfen keine Tipps geben. Okay. Du hast... Ah, perfekt, Mann. Das sieht gut aus. Oh... Boxy ist da. Okay, Friends, wir schaffen das. Ganz locker bleiben. Kommt schon. Nein, nein, nein. Nein, ich hab das Toy-Part. Oh. Okay. Leute, das Toy-Part müssen wir noch einsammeln. Oh, nee, er ist immer noch hinter mir. Oh, Backe, oh, Backe. Oh, okay. Nein, er ist immer noch da. Oh mein Gott, ich dachte, ich hab ihn abgelenkt. Aber hab ich nicht. Oh. Alles gut, alles gut, alles gut. Alter. Ich hab sehr viel Zeit, Leute. Sehr viel Zeit. Hat einer von euch das Toy-Part geholt? Ich hoffe. Ja, ja, hat jemand. Okay, okay, okay. Glenny, passt auf. Pro-Gamer, ich sag dir, wie es ist. Ich war schon fast am Weinen. Er ist allzu hinter mir hergerannt. Okay, okay. Wie sieht's aus? Wir haben vier Toy-Parts. Sehr gut. Das ist strong. Okay, ich mach hier mal ganz entspannt noch ein Rätsel. Perfekt. 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 Okay, Leute. Letztes Rätsel. Willkommen. Let's go, let's go. Oh, es ist auch schon jemand tot, ne? Sehe ich gerade erst. Ich hör boxy-boo. Jawohl, ich hab noch einen Toy-Part, Leute. Let's go, let's go. Ich hab auch noch eins, ich hab auch noch eins. Okay. Okay. Ab zum Train. Reinschmeißen und weg damit. Reinschmeißen und ab dafür. Ja, ja, ja. Den will ich aber gerade. Gib mir einen kleinen Moment. Ja, alles gut, alles gut. Und weg. Yes. Wir müssen... Oh nein, wir müssen das Ding noch machen. Perfekt, perfekt. Kein Problem. Wir sind schon da. Boah, nice. Let's go. Wir haben uns schon hier in Phase gebracht, boxy-boo. Runter mit dem Trichter. Let's go. Ich helfe. Let's go, let's go, let's go. Und jetzt raus hier, jetzt raus hier. Okay, Bro, ich bin direkt hinter dir. Wir lassen Kai zurück. Das ist oberste Regel. Let's go. Wen lassen wir zurück? Wir lassen gar keinen zurück. Ach so, ich hab verstanden. Wir lassen Kai zurück. Dazu wer ist Kai. Oh, oh. Boxy-boo wartet. Boxy-boo wartet schon. Oh, Boxy. Na, Boxy, was willst du machen? Hä? Komm doch her, du fette Wurst. Leute, let's go. Oh, nein, er hat mich... Oh, ich hab's geschafft. Au, ja. Raus, Digga. Let's go. Puh. Alter, wie knapp war das bitte. Digga, so ein Ding. So ein Ding. Ich hab auch sechs Rätsel gemacht, all right? Vier Player hab ich aus dem Loch rausgeholt. Sogar dich. War schon strong. War schon strong, ey. Wild. Hallo, Julfa? Julfa, wo bist du? Mein Lieber, so schmeckt das doch. Oh, nein, Leute. Ich bin heute Morgen wach geworden und ich war so furchtbar hungrig. Leute, wir haben jetzt ein ganz großes Problem. Let's go. Ich hoffe, ihr seid schnell mit euren kleinen Beinchen. Oh, nee, ne? Huggy Wuggy ist on the loose. Och, nein. Huggy Wuggy ist aufgewacht. Oh, nee. Er nimmt den OP-Champ, Digga. Gar keinen Bock. Und Huggy Wuggy war so furchtbar hungrig. Leute, wo seid ihr denn? Wir sind gar nicht mehr da, Digga. Du kannst wieder zurückgehen auch sonst, okay? Ach so, seid ihr ins Theater gegangen? Ja, ja. Wir sind Theater. Oh, nein. Ich hab ein bisschen Schiss, ne? Aber ein bisschen nur. Ansonsten alles cool. Hallo. Das war wohl nichts. Hey. Oh, yes. Let's go. Digga, den holen wir dann wieder raus. Wir holen wieder... Macht die Rätsel, Leute. Macht die Rätsel. Auf entspannt. Ich komm ihn... Oha, ich komm nicht an ihn ran. Hier ist ein Deadspot. Oh doch, ich krieg ihn. Kein Problem. Hauptsache erst mal Flame, sagst du? Ja, erst mal Game Flame. Rein mit ihm. Let's go. Und dann mach ich mal folgendes. Hier kommt ein kleiner Wachhagi hin. Der passt auf euch auf. Oh, nicht der Wachhagi. GULAG. Huhu. Glenn, das tut mir aber... Ey, du musst auch... Oha, er hat sich durch die Wand... Doch nicht, ich hab ihn. Ah. Schön, schön, schön. Okay, locker bleiben. Zwei hab ich schon. Wie geht's dem Rest so? Habt ihr einen schönen Tag? Geht's euch gut? Kommt drauf an, Digga. Es nervt so ein blaues Monster ein bisschen hier grad. Echt? Oh, Fien ist schon dead. Oh, dann... Oh, dann... Oh, im GULAG direkt... Oh, das war aber nicht gut. Direkt im GULAG reingebissen. Die kleinen Hackis hatten halt auch Hunger. Das tut mir leid. Oh! Haha. Rafiki. Mein Lieber. Es tut mir aber fast leid. Warte, jetzt muss ich aber auch hier ein Dings finden. Ein Loch für dich. Rafiki. Ich werd dich rächen. Ich werd dich rächen, Bruder. Rein mit ihm. Let's go. So, Leute, weitermachen. Der Huggi ist schon strong. Die müssen auf jeden Fall... Huggis Instakill-Fertigkeit auf jeden Fall nerfen. Viel zu strong. Ja, die brauchen höheren Cooldown, Digga. Ich bin ehrlich. Oder dass man die nur benutzen kann, erst wenn man jemanden erwischt hat. Und dass man die dann einmalig benutzen kann, beim nächsten Mal oder so. Irgendwie so war es, weil die ist viel zu stark. Ich glaub, die benutze ich jetzt auch nicht mehr. Ist voll unfair. Wir können uns drauf einigen. Dass die nicht benutzt wird, oder was? Ja. Äh. Was ist das? Hey, was ist das hier? Mach mal das Loch hier auf. Jawohl. Leute, das zweite Teil ist am Start. Komm. Durchziehen, durchziehen. Wir schaffen das. Oh, belastend. Hier hat sich jemand gerade selber eingesperrt. Wer war das von euch? Glenn. Oh, Wacke. Glenn hat sich selbst... Oder irgendwer anders hat ihm die Tür zugemacht. Wo ist der Bruder? Ich komm hoch. Ich komm hoch. Ich helf dir. Ich supporte. Let's go. Lass durchziehen, Digga. Lass durchziehen. Und rein mit ihm. Mach's gut, Glenn. Hallo? Hallo. Hi. Mein Bro, ich muss los. Hey, bleib doch mal stehen. Denno, bist du's? Ähm. Bruder, nee. Äh. Schade, was? Du, du, verdammt. Ich bin so tot, Leute. Ich bin so tot. Ich war direkt hinter dir. Oh. Oh, das war ein guter Dodge, ey. Ja. Oh, nein. Ich bin so dead. Alter. Das war knapp. Ich hätte dich fast nicht gekriegt, ey. Ey, Bro, pass auf. Fünf Euro Paypal, wenn du mich nicht ins Loch schmeißt. Fünf? Mhm. Okay. Spende im nächsten Stream, sagst du? Äh. Können wir drüber reden, ja? Ja, ja, ja. Mhm. Okay. Na gut. Mach was draus. Ja. Ich wurde gesaved. Für fünf Euro mach ich das. Ja, Leute, das ist mir wert. Ich sag, wie es ist. Also, ich schicke allen anderen gleich auch meinen Paypal-Link, ne? Heute entspannte Donnerstie. Hier in dem Spin ist jemand. Ich weiß es. Doch nicht. Hm. Gefährlich, gefährlich. Hallo. Moin, Hagi. Jungs. Was läuft? Ähm. Jungs. Wo hast du gerade die Tür? Oh, da hat jemand zu schnell die Tür zugemacht. Nice. Oh, Glenn, Glenn, Glenn. Ah, nein. Oh, jetzt hat der mich aber richtig outplayed gerade. Oh. Na, den hier kenne ich doch. Den Kopf kenne ich doch. Also, nee, 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 so ist das ja gar nicht, weißt du? Bleib doch mal stehen. Stopp. Hier ist einer im Spind. Hier ist einer im Spind. Da ist wirklich einer im Spind. Oh. Echt jetzt? Ich wollte ihn verraten, Rafiki, das tut mir so leid. Nein, da war gar niemand drin. Da war jemand drin, aber er ist gerade rausgegangen. Hättest du mir vertraut? Ja, er verrät ja einfach alle. Ja, moin. Leute, es geht um alles oder nichts. Der kleine Hagi schlägt Alarm. Ich muss dann auch mal weg.de, Digga, weg.de. Boah, das, also gratis schleppend, Leute. Gratis schleppend. Also, Puzzle kommen ja irgendwie gar nicht mit zusammen. Nur noch zehn Minuten, ne? Denkt dran. Oh, Glenn, hast du dich eingesperrt, mein Lieber? Das ist gut. Wir haben Zeit. Hey. Rafiki, zieh durch. Oh, smart. Er hat mich outplayed. Oh, Backe. Sehr gut. Ich wollte ihm eine Falle stellen, aber er war smarter. Wir sind durch. Rafiki, das schaffst du, oder? Komm schon. Zack. Let's go. Erwischt. Ab ins Loch mit dir. Ab ins Loch. Und eine kleine Wache aufstellen. Besser ist es. Junge, das ist doch nicht normal. Was ist nicht normal? Was genau meinst du? Deine Wache, Huggies. Deine Wache. Yo, wie schnell bist du? Digga, Usain Bolt hat mich gerade getötet. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee, ne? Ich hab extra so viele Wachen für euch aufgestellt. Oh, mein Gott. Die Wachen sind voll gut. Okay. Einer ist auf jeden Fall schon dead. Zwei sind dead. So, let's go. Wer ist denn hier? Glenn? Glenn? Bleib doch mal stehen. Nee, es ist gar nicht Glenn. Wer ist das hier? Hallo? Hab ich dich schon mal geschnappt heute? Bleib doch mal stehen. Zack. Ah, Rosenkit. Ab in die Luke mit dir. Oh, mein Gott. In den Hulag. Nee. Bro, es ist nur noch einer am Leben. Rafiki, du musst irgendwas unternehmen. Ja, die sind sehr, sehr krass. Immer, immer wenn Cooldown ist, platziere ich direkt eine, wo ich bin. Hallo? Hallo? Moin. Deno, was machst du? Hä? What the f***? Was? Oh, mein Gott. Es ist ein Scam. Oh, mein Gott. Es ist ein Scam. Es ist ein kleiner Hagi. Hallo? Schnapp ihn dir. Hey. Kleiner. Ich glaube, ich werde wieder ins Loch gesteckt. Hier hast du zugemacht und hier bin ich lang gelaufen. Wow. Okay. Ich habe das Spiel studiert gestern im Stream schon. Ich habe heute Nacht schon alle Guides gelesen. Wir halten das hier noch ein bisschen durch, Digga. Aber ich glaube, das sieht jetzt echt kritisch aus. Kritischer Hase. Rafiki lebt noch, aber ich weiß, wo er ist. Player reviving hier. Ja, komm. Hol ihn raus. Hol ihn raus. Ich gebe euch noch eine Chance. Wäre ja sonst zu einfach. Rosenkind. Du bist immer noch im Loch. Ja, holt ihn raus. Oh, Ass. Oh, mein Gott. Okay, Rafiki. Wir teilen uns auf. Ich mache das. Rose, Digga, halt durch. Oh, die kleinen Huggies verschwinden ja nach einer Weile, sehe ich gerade. Rose, ich hole dich, Junge. Die sind ja gar nicht unendlich, die kleinen Huggies. Ich dachte, die sind für immer da. Ich bin traurig. Meine ganzen kleinen Huggies. Oh, hi. Rosenkind, bist du es? Hallo. Und wer kann hier das Rätsel nicht? Denno, was machst du? Ich habe dich gehört und werde direkt durchziehen. Hallo. Ey, wir sind so geliefert. Huggie ist echt langsam so durch Türen und so, ne? Hallo. Junge, wie schnell ist der? Digga, wie schnell ist der? Oh, Leute, ich werde sterben. Wir müssen die Monster noch ein bisschen langsamer machen, ey. Weil so kriege ich dich ganz einfach. Oh, wo bist du hin? Alter, Outplayed hier, oder was? Wo bist du hin? Yo, ey, Fivehead, oder was? Was war das denn? Er hat mich einfach richtig hops genommen. Ey, bleib stehen! Ich habe heute noch nichts zu essen gehabt. Denno? Wo ist er nur hin? Ich kann ihn riechen. Hallo? Ist hier jemand drin? Ähm. Bitte sprechen Sie eine Nachricht nach dem Anrufbeantworter. Piep! Konnte man das sehen, wie ich genau vor dem Spinn stehe, wie so ein Dillis? Ja, ja. Du bist so schnell, ey. Ich habe schon 5% mehr Geschwindigkeit geskillt, aber, Digga, du ziehst ja nur durch. Da müssen Sie auf jeden Fall noch ein bisschen Balancing doch machen. Rafiki ist, glaube ich, tot jetzt, oder? Nee, er lebt noch! Unten im Loch. Ich dachte, dem geht es nicht so. Oh, wer ist das? Stopp! Bleiben Sie stehen! Ich will mit Ihnen über die Verlängerung Ihres Kfz-Fahrzeugs reden. Kfz-Fahrzeugs. Versicherung, ja. Rosenkind, weg mit dir. Denno, lebst du da jemanden wieder? Äh, nee, Digga, es ist nicht das, wonach es aussieht. Das Game macht so Spaß, ey. Let's go. Oh! Oh, hi. Oh, 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 ich glaube, Rafiki, ich glaube, Rafiki wird jetzt ins Gras beißen, leider. Ich glaube, das ist sein letztes Leben. Das ist auch so lustig, wie wenn Heike die Leute mit sich rumträgt. Die fliegen einfach nur hier rum. Was, Rafiki hat immer noch ein Leben? Nein, hat er nicht. Rafiki. Aber da lebt noch jemand. Da lebt noch jemand. Rafiki hat mies reingebissen. Bist du am Wiederbeleben? Nein, Bro, nein. Ich helfe euch, warte doch. Meine Arme sind länger. Ey, diese ganzen Kackhagis, ne? Die nerven so, Mann. Warum hast du denn überall... Wie viele hast du davon? Man kann ja immer wieder neue platzieren. Aber irgendwann verschwinden die leider. Also, wenn die ein paar Mal Alarm geschlagen haben, verschwinden die leider. Oh, ich spähe schon meine nächste Beute. Wie viele Spielzeugteile habt ihr eigentlich? Äh, zwei, Digga. Erst zwei. Echt? Nö. Macaroni, Macaroni. Nein, das ist doch gelogen. Ihr habt doch mehr. Als wenn ihr erst zwei habt. Gleich kommt der Zug, oder was? Aber, Denno, ich glaube, du bist jetzt alleine. Nein. Nein! Ab in den Schacht! Ah! Da war es nur noch einer. Ach, nö, oder? Muss das sein? Oh, da hat er ein Hagi-Alarm geschlagen. Oh, lass mich doch das Riesel zu Ende machen! Gut, dass meine kleinen Haggis so zuverlässig sind. Ja, sind sie das? Glaube schon. Sind sie das wirklich? Wo bist du denn? Guck mal, Digga, wie viele Toy-Parts jetzt da sind. Oh, was? Herr, seid ihr fertig? Oh Gott, ich habe so ein großes Problem. Hi! Ich habe so ein richtig... Och, nö! Und die Tür da vorne bringt mir halt nichts mehr. Ach, komm schon. Ah, ja, 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 ja. Ich wusste, dass du die Tür noch zumachst. Ach! Wir sind weg. Bist du dir sicher, dass du weg bist? Ähm, also, äh... Och, das ist so blöd. Ich dachte, du drehst um. Nein, Leute, nein! Ja. Äh, das war es für mich. Ich bin so tot. Ich bin so tot! Boah, aber du hast acht Ritze gelöst. Also, ich will mich beschweren. Wolfien. Ich will mich beschweren bei dir, Digga. Du bist ja direkt tot gewesen. Ich will fahren. Drei Sekunden, bis sie frei ist, Digga. Was? Was denn? Wer ist denn? Oh, Mami Longley! Du? Oh, nee! Oh, das sieht richtig krass aus. Nee, sieht es gar nicht, Mann. Sieht es nicht. Ich schwöre es dir, sieht es nicht. Boah, ich bin so gespannt, was die Fertigkeiten... Oh, mein Gott. Ich hänge fest, warte mal. Nice, das ist gut, das ist gut. Was? Was habe ich gemacht? Ah, lol, die kann so richtig krass springen. Nein, ich habe... Oh, ich habe daneben gehauen, Leute. Zack, hier ist doch jemand vor mir. Oh, nee, Mann, wir müssen weg. Oh, Gott, hat die weggeschlitzt. Schmecker lecker. Rein ins Loch. Kleine, Alter, wir müssen uns beeilen, Bro. Du hast noch Zeit, du hast noch Zeit. Komm. Alter, okay, Mami Longlegs Gameplay. Ey, wenn du gleich... Wenn du auch mal Monster spielst, dann nimm auf jeden Fall Mami Longlegs. Richtig weg. Ah, ich werde dich auf jeden Fall auch übel wegschlitzen. Ich habe schon Bock, Bro, aber nichts für ungut. Achso, danke. Leute, geht doch schon mal. Macht doch mal was. Was macht ihr hier? Das mit den Netzen auch. Ey, bleib stehen. Wer ist das hier? Zack. Oh, oh. Let's go. Digga, da stehen die hier rum wie falsch, Geld. Die wollen doch gar nicht gewinnen. Die Scammer. Ja, Darkwolf ist auf jeden Fall dead. Oh, Darkwolf ist ja schon dead. Schlecht. Uff. Oh, no. So schnell geht das. Tja, und ihr habt schön Zeit verschwendet und keine Rätsel gemacht. Perfekt. Oh, ich sehe ja oben links, wie viele Toyparts schon geholt wurden. Das wusste ich gar nicht. Oh, nein. Oha. Oh, wow. Diese Augenfertigkeit von Mami Long ist ja richtig OP. Ich kann euch durch Wände sehen. Echt? Dann lass uns mal einen Abgang machen, Leute. War ein Witz. Mami Long Legs ist irgendwo oben. Ich hab sie gesehen. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, ich hab dich gesehen, wie du nach oben gesprintet bist, mein Bester. Warum hast du die Tür zu? Du Mörder. Ich würde doch nicht... Hey, ich bin doch nicht oben. Hallo? Hey, was machst du? Oh, Mama kommt. Bleib doch mal stehen. Gar kein Bock. Hast du mich da hängen sehen? Oh, was? Oh. Oh, was war das bitte? Digga, was? Hey, ich krieg dich. Ich krieg dich. Zack. Oh, nö. Oh, nö. Lass stehen. Oh, nö. Oh, ich werd sowas von in den Gulag geworfen. Schmecker lecker. Rein ins Loch. Let's go. Zack. Okay, das war... Das war gerade... Das war gerade krass, Bruder. Das war krass. War es das, als ich von der Decke runtergekommen bin, oder was? Ja, wie du da auch hinkst. Hallo? Ich wollte... Ich wollte euch schön, ähm... Na, wie sagt man? Äh... Auflauern. Aber da warst du wohl smarter. Ja, ich hab... Ich hab dich halt nach oben jumpen sehen, ne? So. Oh, man kann während man an der Decke hängt, Netze schießen. Komm schon, Wulfi. Richtig OP. Jawoll. Bring das Part weg, Digga. Sauber gemacht. Sehr schön, sehr schön. Leute, am Eingang alles gecleart. Ihr braucht zum Eingang nicht mehr rennen. Die Parts sind alle durch. Na, wer ist das denn hier vor mir? Oh, erwischt. Yes, mit den Netzen. Oh, ey. Wer ist denn das hier vor mir? Wer ist denn hier so schnell? Wow. Na, bleib. Yes. Boah, das war knapp. Fast entkommen. Ach, du heilige Scheiße. Fast entkommen. Ich hab's am eigenen Live mitbekommen, wie das Ding gerade... Oh, Scheiße. Glenn, mein Lieber. Fast hättest du's geschafft. Zack. Einfach. Ich spiel so ne richtig heutige Taktik eigentlich. Ah, ha, ha, ha. Nein, Ding. Wir machen es trotzdem, Leute. Holt den mal jemand aus dem Loch. Oh, Mama, kommt. Mama, kommt. Ja. Na, wo wollt ihr hinlaufen, Leute? Digga, hinlaufen. Ich seh' uns eher schwingen. Was? Schwingen? Wo seid ihr? Hallo? Ich kann euch doch hören. Nein, kannst du nicht. Natürlich kann ich euch hören. Wie ihr hier oben irgendwelche Rätsel löst. Wo seid ihr hin? Hä? Da hinten. Da braucht jemand einen Revive, Leute. Ich helfe dir, Raffi. Ich lass sie nicht hängen, Bruder. Durchziehen, durchziehen. Sie kommt. Rose, zieh durch. Du hast es gleich. Wer ist denn das hier vor mir? Zu langsam. Zu langsam. Zack. Und. Na. Na, komm, 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 komm. Yes. Hier muss doch was gemacht werden, Jenny. Der Jumpscare von Mami ist aber auch schon strong, ne? Ich pack euch einfach und schmeiß euch auf den Boden und dann kommt ihr ins Loch. Let's go. Oh, nö. Oh, Junge. Vorsicht. Sie ist wieder on move. Ulfie, hältst du durch? Yes. Wow, das war richtig knapp. Alter. Leute, da muss noch jemand helfen. Glenn, das war strong, ey. Du hast mir fast entkommen. Das war eine knappe Nummer, ey. Fast hätte ich ihn nicht gekriegt. Er hat mich gut outplayed, aber nicht gut genug. Rein mit dir. Ihr habt ja schon drei Parts. Was soll das denn? Ähm. Moin. Also. Na? Boah, mit dieser Spinnenfertigkeit kann man sich so nice ansneaken. Das ist ekelhaft. Ey, Leute, das sind alle im Loch. Das darf doch nicht wahr sein. Nein. Ja, einer wird exfiltriert. Okay, Leute, durchhalten. Durchhalten, durchhalten. Ihr könnt doch hier nicht einfach Spieler wiederbeleben. Das steht nicht auf der Liste. Das steht aber sowas von groß auf der Liste. Leute, ihr müsst Rafi da rausholen, Mann. Nein. Zack. So. Fünf Euro, sagt Wulfchen. Zu spät. Oh, hier ist doch noch jemand gewesen gerade. Na, wer ist das hier? Oh, hat die Tür vor mir zugemacht. Smart. Einfach besser, hä? Spannendes Rätsel. Wo seid ihr denn alle? Okay, Leute. Wir haben jetzt vier Parts. Es sind einige Rätsel fast fertig. Wir schaffen das. Komm. Ich kann euch sehen. Das wisst ihr, ne? Aber nur zwei Sekunden. Das weiß ich, Bro. Das reicht doch. Das reicht doch. Ganz offensichtlich. Zwei sind tot. Wulfchen hat es nicht mehr überlebt, Mann. Nein, er ist dead. Zack. Oh, Rafi, mein Lieber. Das tut mir aber leid für dich. Ganz schlechtes Timing. Rein ins Loch mit dir. Und das war es auch für ihn. Da waren es nur noch drei. Wollt ihr euch nicht einfach freiwillig ergeben? Ja, bitte. Nimm uns mit. Ja, dann kommt einfach zur Bühne. Wir können uns dort treffen. Sehe ich mich irgendwie gar nicht, Bro. Ah, nein. Okay, Glennie. Das war... Oha, als wenn du dir hier so... Ich hab ihn outplayed. Hast du das? Ja, weiß ich noch nicht. Werden wir gleich sehen. Mist, 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 Mist. Glennie, wir haben ein Problem. Oh, nein. Ich hab... Oh, ich hatte mich... Ah, ich hab kurz festgehangen. Hast Glück gehabt. Ja. Glennie, Digga, das war so gut. Das war so gut, Junge. Stark. Digga, der Typ. Was soll denn das? Oh, Digga, du hast dich so gesaved. Komm mit. Ich weiß, wo das nächste Spielzeug auf schnelle Basis kriegt. Komm mit. Ihr seid aber frech. Hier vorne, hier vorne, komm. Ihr seid aber nicht schnell genug. Left side. Ein einziges Rätsel. Ihr seid nicht schnell genug. Ihr seid nicht schnell genug. Ha, ha, ha. Oh, oh. Glennie, lass mich nicht hängen. Glennie, Bro. Boom. Ah, Glenn. Glennie, ich hab dich. Das tut mir leid. Aber du musst ins Loch. Und ich glaube... Die Klappe geht für immer zu. Tja, da kann man nichts machen. Oh, da ist ja jemand im Untergrund unterwegs. Wer von euch ist das? Wer von euch? Oh, der Allerächte. Nein. Oh, nö. Oh, nö. Leute, das kann doch nicht sein. Oh, zack. Was machst du denn hier? Wie zur Hölle hast du mich... Das ist doch nicht dein Ernst. Hast du festgehangen? Ja. Ich konnte dich aber trotzdem nicht... Äh, was? Habt ihr das gesehen? Yo. Ja, hab ich, Mann. Und die waren echt sehr krank. Ich bin schon... Bin jetzt schon ein Pro-Player. Einfach besser. Zack. Einfach besser, sagst du? Einfach besser. Okay, Leute. Wie viele Rätsel habt ihr gemacht? Hol ihn jetzt. Nein, Digga. Der... Also, was bist du denn für ein Kollege? Äh, 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 äh. Hol ihn jetzt, sag der. Hallo. Digga, wie leise du bist. Ja. Ey, was? Wasch. Ich bin über die Spiele-Säule drüber gesprungen mit meiner Sonnenscheid. Rosenkind, du lebst noch? Oh. Bruder, was hast du das ganze Game übergemacht? Hast du nicht einmal dran gedacht, ein Rätsel zu machen, Bro? Oh, ich bin so tot. Bro, ich bin so tot. Wo ist dein Rosenkind überhaupt? Ich bin so dead. Rosenkind. Hallo. Ah, ich sehe ihn. Ey, der hat so reingezogt. Ich schwöre es dir, der hatte die ganze Zeit. Der hätte ein Rätsel nach dem anderen machen können. Ich hatte dich so lange im Griff. Nein. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Er will dich retten, aber es ist zu spät. Oder doch nicht zu spät. Oh, was? Er hat dich. Rosenkind, Digga. Eins plus mit Sternchen. Hm, dafür hat er aber sein Leben gelassen. Und wo bist du jetzt so unterwegs? Mäuschen, piep einmal. Piep. Gut, dass mein Auge dich überall sehen kann. Oha. Nein. Du wirst dich nicht retten. Oha. Rosen, zieh, Junge. Ich habe es getan. Das gibt es auch nicht. Follow me. Follow me. Ich kenne einen guten Spot. Nein, nein. Zu spät. Zu spät. Zu spät. Rosenkind, komm. Komm. Komm, hier durch. Links rum, links rum, links rum. Zu spät. Nein. Er ist tot. Ab in den Loch. Digga, ich bin so verloren. Oh, Bro, du hättest eben, du hättest eben die Rätsel machen können. Dann werden wir jetzt, wir werden safe. Oh, er hat noch ein Leben. Er lebt noch. Ja, aber du siehst. Ich dachte, dein Rosenkind ist game over. Meld dich doch mal. Schick doch mal eine Postkarte. Soll ich echt machen? Oh, ey, warum belebst du ihn wieder? Lass ihn doch drin. Rosen, Digga, jetzt müssen wir das Ding aber irgendwie machen. Drei Minuten. Oh, Gott. Sie ist oben, sie ist oben. Ah, Gott. Hallo. Du warst doch gerade hier im Saal. Leute, im Underground fühle ich mich am wohlsten. Aha. Nicht ohne Grund. Nicht ohne Grund. Hast du dich unter den Stühlen versteckt? Möglich. Möglich. Digga, mach mit den Rätsel, Mann. Mach mit den Rätsel. Große. Nein, Mann, ich treffe dich alles nicht mit den Netzen. Einfach besser, der Typ. Oh, nein. Alter, diese Netze. Komm, na, komm, na, komm, na, komm. Ich kann nichts tun. Rose, du hattest so viel Zeit, Bruder. Also hätte ich die Zeit gehabt, ich hätte ein Rätsel nach dem anderen weggegrindet. Schade, dass er es auf mich abgesehen hat. War das dein letztes Leben? Ja. Ja. Digga, guck. Oh, Schalter gerade. Warum Schalter jetzt escaped? Hä, warum kann er jetzt mit dem Zug abhauen? Das ist eine gute Frage. Darf der letzte Survivor mit dem Zug abhauen, oder was? Kann sein. Scheinbar schon. Wo ist er, du Gauner? Alter, ja. Hi. Da macht er den Spawn Trapper, Digga. So einer ist er also. Oh, schafft er es? Nein. Haha. Ja. Einfach besser. Oh, Freunde. Mama kommt. Oh, bist du jetzt als Mami on the road? Ich bin jetzt als Mami on the road. Oh ja. Oh ja. Da bin ich ja mal gespannt. Hey, ich sauge jetzt erstmal dafür, dass hier gar nichts funktioniert. Und dann gucken wir mal. Hallo? Freunde. Das gibt es doch einfach nicht. Ist keiner da. Du brauchst nicht kommen. Hä? Freunde? Lol. Du bist bei mir übel verbackt. Du bist Mami Longlegs, ja? Ja. Entschuldigung. Weißt du, was du bei mir bist? Na? Du bist in T-Pose fliegender Kissy-Missy-Skin. Nice, Leute. Nice. Let's go. Ich hoffe, bei dir sieht aber alles normal aus, oder? Ja, also ich... Denk schon. Ich sehe hier Leute. Die machen hier Dinge. Nein, es sind keine Leute da. Und der will hier jetzt doch irgendwie was machen. Und ich glaube, ich esse den mal. Nein, hör auf, Leute zu essen. Die denken, ich bringe die einfach weg, ja? Ihr denkt, ich bringe die einfach weg. Digga, dead. So. Jetzt liegt hier beide hier und was... Ach so, der nächste noch? Na, komm. Was machst du denn da? Die triggern mich, die wollen mich provozieren? Weißt du, ich mein... Selber schuld. Hör doch mal auf. Wenn die da zu dritt stehen. Ey, es sind schon drei Leute da und was macht ihr? Die haben so T-Back-mäßig gemacht und so. Weißt du, ich mein... Ey, ich bin gleich im Zusammenbruch. Leute, ihr müsst schon mal smart spielen, ne? Vielleicht musst du den Leuten auch mal sagen, was die machen. Vielleicht musst du die ein bisschen an die Hand nehmen. Die Rätsel lösen, ich sterbe. Dark Wolf, tut mir echt leid, aber... Oh, wo ist der andere hin? Mein Gott, wenigstens haben wir mal einen Toy-Part jetzt. Ich kriege hier schon einen halben Nervenzusammenbruch, die ganze Zeit. Digga, so schnell könnt ihr doch gar nicht weg sein. Da unten. Hier fliegt... Aha. Hier fliegt Kissi Missi rum wie so ein Dulli. Einer hat überlebt, den Angriff. Die anderen beiden sind jetzt erstmal im Gulag. Oh. Oh. Moin. Na? Du Schweinehund. Du Schweinehund. Ey, geh weg von mir. Du hast das Rätsel einfach zu Ende gemacht. Ich war's nicht, ich war's nicht. Wirklich? Wollen wir dich mal mit ein bisschen... Guck mal, du hast das Spinnenbebel, glaube ich, an dir. Ich war's nicht, ich war's nicht. Kannst du dich eigentlich noch gut bewegen, oder? Ja, ist eigentlich okay. Echt? Halbwegs? Gibt schlimmere Sachen im Leben. Ah ja. Boah. Ey, ich hör dich überhaupt nicht, ne? Boah. Wir werden unserer Beute ein wenig auflauern. Bitte nicht. Hallo, Freunde. Es ist jemand im Gulag und keiner hilft ihnen. Doch, klar, ich hab doch gar keinen rausgezogen. Also bitte. Na, da kommt der Nächste schon raus. So ein Ding ist das nämlich. Ach so. Was unterstellt's? Was machst du uns denn hier? Moin. Lauf doch nicht weg. Wir haben ja auch schon... Du wirst die Tür schließen können, Purple. Oh oh. Oh oh. Dann werde ich mich jetzt wohl mal ein bisschen sputen, oder? Meinst du? Reiß dich doch einfach mal zusammen. Das war's für dich. Und damit meine ich, ess doch einfach mal nicht so viel und lass uns in Ruhe. Ja, wenn ihr schon das zweite Tollpart habt, ihr seid noch alle sechs am Leben. Das kann ich so natürlich nicht dulden. Das geht nicht. Das kann ich ja auch nicht hier von, äh, von, äh, verbuggter Mami-Longlegs-Kissi-Missi-Skin-Hops nehmen lassen. Genau so sieht's nämlich aus. Oh nein, ich hab mich verdrückt. Oh, das ist gut. Danke für die Info. Nein, alles gut. Das war nur ein Spaß. Geh einfach weg. Na, willst du noch mal einen Gulag? Nein, ich war doch noch gar nicht im Gulag. Naja, aber ich denk mal, das können wir ganz schnell ändern, oder? Nee, ich hab auch, ich hab auch nachher noch, ähm, ich wollte mir nachher noch was zu essen holen. Ach so. Ja, das verstehe ich. Das passt mir so schlecht in den Terminkalender. Ich hab noch einen Tollpart. Wir werden so das Spielzeug zusammenbauen und dich hops nehmen. So langsam hab ich das Gefühl, dass mir das hier einigermaßen entgleiten könnte. Hast du das? Achtung bloß. Wie kommst du auf die Idee? Erzähl mir mehr. Mein Lieber. Netter Versuch. Da hat schon jemand richtig brutal wieder geplayt, ne? Ja, ja. Nicht schlecht. Aber das war's. Das ist ja wild. Wie viele Toyparts fallen denn hier als überall raus? Crazy einfach. Acht. Das ist aber ein ganz großes Ding, ne? Bei fünf Toyparts. Meine Güte, Leute. Jetzt zieht er aber ganz schön ordentlich rein, ne? Wir sind nicht nur bei fünf Toyparts, mein Lieber. Ich zeig dir jetzt mal, bei wie vielen Toyparts wir wirklich sind. Ha, 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 ha. Bei sechs Toyparts. Wir sind nämlich schon fertig. Das ist gut. So ein Ding ist... Finger weg! Bist du hinter mir? Ja, bist du nicht. Gott sei Dank. Ich dachte schon, ich muss sterben. Ich habe richtig Angst. Okay, jetzt muss ich aber ein bisschen schwitzen, Leute. Wollt ihr euch das Toypart nicht holen? Hä? Welches Toypart? Wir haben noch voll. Was? Da liegt noch eins. Digga, wie schnell, Alter. Fertig. Wir sind fertig. Wir haben zu viele Toyparts aus Versehen gewonnen. Ha, 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 ha. Ich muss gar nicht, dass das gilt, um ehrlich zu sein. Aus Versehen. Und tschüssi. Zu viele Toyparts gemacht. Okay, okay, okay. Darkwon, wir brauchen keine Toyparts mehr. Hör auf, den Kram einzusammeln. Schmeiß es weg. Wir haben ganz andere Sorgen. Und zwar müssen wir jetzt alle schnell zum Zug. Das lasse ich nicht zu. Das lasse ich nicht zu. Das ist okay, du kannst uns ruhig fahren lassen. Na, wollt ihr noch Leute zurücklassen? Ich glaube nicht. Wieso sind doch alle draußen? Ja, sind alle draußen? Ja, schon, wir sind. Meinst du wirklich? Meinst du wirklich? Na, Leute, was machen wir denn jetzt mit dem? Oh, no. Der wird sowas von in Gulag reingesteckt. Einfach! Oh, nein, Darkwolf. Nein, der Lebtung! Oh, mein Gott. Ich hab da halt noch jemanden. Wir sind aus Versehen weggefahren. Everyone survives. Das geht sogar tatsächlich. Echt? Ja, Mann, krass. Ach, Leute, ich war nicht streng genug. Ich hatte ein schlechtes Gewissen, als das Team zur Hälfte schon dezimiert war am Anfang. Ich hätte einfach durchziehen sollen. Ha, da lerne ich draus. Das mache ich nie wieder. Julfa? Es ist so dunkel hier. Wo bist du? Ich? Also, ich kann alles sehen. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Ähm, also... Ich hab zwei große, dunkle, schwarze Augen und einen hellen Stern auf der Brust. Oh, nee. Und ich glaube, ihr schmeckt alle richtig gut. Okay, Leute, also, Puzzle durchziehen. Wir machen jetzt Schwitzer-Clan, okay? Julfa hat alle Runden bisher gewonnen. Und jetzt müssen wir ihn mal... Wir müssen ihn brechen, Leute. Wir müssen Julfa brechen. Hast du es jetzt gewonnen? Ja, hast du. Ah, na, das passt doch. Das ist doch schon mal perfekt. Lol. Ich hab, ich hab... Zack. Dicker, Wolfien! Wir haben gerade geglitscht, Bruder. Haha. Bro, wir haben... Ich hab den ersten gefressen. Beallt euch da. Dicker, wir hatten gerade... Wir haben zwei Parts einfach bekommen. Echt? Ja. Warum? Was soll das? Wir haben beide das Crap-Pack aufs Part gejallert. Und... Dinger, aber... Hä? Das wurde... Das wird jetzt nicht angezeigt. Ihr habt die Punkte zwar gekriegt, aber das... Ja, alles klar. Ey, das ist doch Backlosing. Hört mal auf. Okay, jemand ist dead. Wir müssen jetzt mal gucken. Leute, macht die Rätsel. Pass auf, wir stellen jemanden ab. Wulfien. Du... Oh, Junge. Dick, das ist ja immer eingesperrt, Bro. Zack. Noch einer, der Weg. Weg. Dark Wolf. Ab in die Luke mit dir. Hä, 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 hä. Ah, ich liebe Boxi-Boo. Ich liebe Monster-Gameplay. Ich bin das beste Monster. Oh Mann, ich werde euch so fressen. Kein Problem. Kein Problem. Wer läuft denn da weg? Wer läuft denn hier weg? Und wie kommen sie da hin? Okay, Digger. Oh, Boxi-Boo ist da! Junge, das war richtig knapp, Gott. Alter, leck mich fett. Zack und zack. Und zack. Ey, bleib doch mal stehen jetzt. Boxi-Boo hat recht wenig Reichweite mit seinen Schlägen, muss ich sagen. Die muss man gut timen. Aber dann geht's. Haha, Glenn! Oh nein, Glennie-Boy ist auch schon direkt dead. Glennie, weg mit dir. Das tut mir aber rein. Kommt schon, Leute. Gutes Rätsel jetzt machen wir. Wir werden Tule fast schon noch kriegen, Leute. Kein Problem. Der darf nicht immer gewinnen. Aber ich bin doch Profi. Sag, wer ist das hier vor mir? Ein Schlag. Noch ein Schlag. Und noch ein Schlag. Haha. Ich hab dich. Das macht so Spaß. Das macht so Spaß. Rein ins Loch, Wolfi. Mach's mal gut. Ihr seid ja aber schon wieder gut unterwegs, was Parts anbelangt, oder? Das kommt mir so vor. Ja, eins, ne? Eins bisher. Leute, ihr müsst uns gut beeilen. Puh, puh, puh. Jawoll. Kommt schon, Leute. Das sieht gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus jetzt. Digga. Nimm mit. Nimm mit. Let's go. Wir haben schon vier, Leute. Reinhauen. Tule muss sich richtig beeilen. Wie soll man denn schon vier haben? Digga. Also, Boxibu, sag ich mal so, ne? Wir haben ja vorhin schon gesagt, die ist nicht so gut. Aber du meintest ne. Ihr seid grad einfach übel schnell. Ah ja. Also. Ey, guck mal. So schnell waren wir noch nie. Selbst wenn das Monster langsam war. Weiß auch nicht, woran das liegt. Aber du hast in der Regel auch schon echt das halbe Team auseinandergenommen. Wie wär's, wenn du dich jetzt mal anstrengst? Du gibst uns doch bestimmt noch ne Chance, oder? Okay, konzentrieren. Ich hab aber auch bisher keine Fehlerquote in meinen Rätseln gehabt. Also auch sehr, sehr big. Bisher alles gut, Leute. Tjulfa muss sich richtig konzentrieren. Merkt ihr das? Redet gar nicht mehr. Also, ist gut. Ich hab grad... Wen hab ich denn hier als... Ja, Glenn. Glenn ist so strong vor mir weggelaufen. Ich hab ihn fast nicht gekriegt, ey. Ich muss mich richtig anstrengen. No joke. Bulfi ist dead. Schön. So, ich muss doch jetzt hier mal ein bisschen die Spieleranzahl ausdünnen. Das ist doch kein Zustand so hier. Oh, besser ist das. Zack. Dark Wolf. Weg mit dir. Hör doch mal auf, vor mir wegzulaufen. Wovor habt ihr Angst? Oh Gott. Er dreht halt um. Er dreht halt um. Einfach besser? Oh, scheiße, Leute. Ah, mein Charm funktioniert nicht mehr. Leute, zieht durch. Ihr habt Zeit, ihr habt Zeit. Na, bleibt doch stehen. Nein. Tut. Ah, jetzt. Boah. Das war anstrengend. Kommt schon. Ich hab ihn gut im Griff gehabt. Ich bin im Gully. J-Wel hat das nächste Teil. Sehr gut, sehr gut. Boxy Boo hat einfach die schlechteste Reichweite, was seinen Angriff anbelangt. Man muss so nah dran sein, dass ich euch überhaupt treffe. Also hast du vielleicht doch recht gehabt, muss ich sagen. Ah, Freunde. Aber das ändert nichts da dran. Es ist schon jemand gestorben. Ihr habt jemanden im Gulag verrecken lassen. Zwei. Zwei. Ja, aber da ist gerade jemand im Gulag verreckt. Kuss. Okay. Ein einziges Teil. Wir bezwingen den. Kommt schon. Okay. Mann. Ich find keinen. Das ist ja übel. Ah, da ist jemand. Gott sei Dank hast du dich gesaved, Glenni. Das war episch. Wer rettet hier wen? Ey, das ist ja echt kriminell, was ihr hier macht. Puh. Okay. Wir haben viele Rätsel fast fertig. Aber leider noch nicht. Leute, kommt schon. Wir machen jetzt mal. Tulfer, der kann jetzt mal einfach nichts. Konzentriert euch. Wir schaffen das. Na, wer ist denn hier vor mir? Schon wieder auf der Flucht? Okay, wir gehen. Glenni, folg mir. Wer ist das? Glenni. Wer ist das? Bleib stehen, bleib stehen. Yes. Zack. Glenni, mach die rechte Seite. Oh, Gott sei Dank. Erwischt. Let's go. Alter, das ist... Ey, mit Boxy Boo ist es richtig anstrengend, Leute zu fangen, ne? Okay, Glenni. Jetzt mal ernsthaft. Du holst Javen raus. Ich mach den Rest. Komm schon. Na, wo seid ihr denn eigentlich alle? Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Nein, nein, nein. Komm schon. Jetzt. Weg hier. Weg hier, Leute. Das schaffen wir. Komm, komm, komm. Doch, wir gehen. Wir müssen ihn zukriegen. Keine Verspätung. Deutsche Bahn ist heute nicht dran. Rein. Oh, Rose. Jawohl. Javen, komm schon. Was? Was? Irgendwen hab ich doch hier noch. Leute, wir lassen keinen zurück. Wir lassen keinen zurück. Na? Das gibt's nicht. Zurück mit dir. Wer ist das denn überhaupt? Es stehen alle als alive bei mir. Hey. Leute, kommt schon. Gebt euch Mühe. Strengt euch an. Rosenkind, was machen wir jetzt? Ich lass dich nicht hängen, Bruder. Da steht Voxibu schon. Jetzt. Zieht euch. Ah, habt ihr aber Glück gehabt. Denno? Oh, rein da. Jawohl. Er konnte nicht anders. Wir lassen keinen zurück. Wir lassen keinen zurück. Ja, Leute. Das war's auf jeden Fall wieder mit einigen Folgen zu Project Playtime. Falls ihr mehr wollt, lasst einfach mal ein Like da. Schreibt in die Kommentare, was ihr am coolsten fand. Und danke, dass ihr bis zum Ende geschaut habt. Digges Küsschen geht raus. Denno out. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020